Also du hattest vorher noch einen Termin oder was hast du jetzt vorher gemacht? Genau, das war aber letztendlich einfach nur so Versicherungskram, was halt auch leider erledigt werden muss. Ist jetzt nicht so mein Hobby, aber es ist halt wichtig, dass es auch irgendwie erledigt wird. Und der hat dann deinen Bizeps gesehen und hat dich ein bisschen ausgefragt oder wie? Naja, er kennt mich halt natürlich auch durch Instagram, also er folgt mir da auch schon seit ein paar Jährchen und da kommen halt immer wieder irgendwelche Gesprächsthemen auf, definitiv. Dann hat er dich gefragt, ob Kreatin schlecht ist oder was kommen dann da für Fragen? Der Klassiker. Nee, er hat mich tatsächlich über Kokomi ein bisschen ausgefragt und über Ashwagandha und da habe ich ihm so ein bisschen meine Expertise gegeben. Und ja, er meinte, er ist jetzt schon ein Ticken schlauer geworden dadurch, das freut mich natürlich. Okay, sehr geil. Also in meinem Podcast versuche ich erstmal so im ersten Drittel den Leuten ein bisschen Informationen über dich zu geben. Das hört jetzt ja vielleicht auch der ein oder andere Follower von dir zu, der nochmal mehr über dich lernen möchte. Vielleicht können wir dann da so in der Kindheit, in der Jugendzeit ein paar Sachen erzählen, die du erzählen möchtest auch. Wenn du nicht möchtest, natürlich nicht. Aber in was für einem Umfeld bist du so aufgewachsen früher? Also warst du in Berlin vielleicht Elternhaus? Wie sah so deine Kindheit aus? Genau, also ich bin eigentlich, ja, ich hatte eine schöne Kindheit, würde ich jetzt einfach mal im Großen und Ganzen behaupten. Ganz klassisch früher in die Privatschule gegangen, dann ab der fünften Klasse ein bisschen Probleme gehabt mit dem Lehrer. Schule gewechselt, ja, begonnen habe ich mit meinem dritten Lebensjahr mit Fußball. Also sportlich war ich immer aktiv, habe bis zu meinem 18. Lebensjahr auch leistungsorientiert Fußball gespielt. Ja, die höchste Liga, die ich hatte oder gespielt habe, war die Bundesliga in der Jugend, in der B-Jugend. Bei Zehendorf sind aber dann auch in der Saison abgestiegen, also ich weiß nicht. Hertha 03? Genau, richtig, Hertha 03, Zehendorf. Ich habe früher bei Viktoria gespielt, allerdings immer in der untersten Liga und wir hatten dann auch immer gegen Hertha gespielt. Ja, okay. Das war immer so das kleine Derby, also das war bei uns immer sehr ernst, auch wenn wir irgendwie, was ist denn die unterste Liga in der F-Jugend irgendwie? Boah, da bin ich auch gerade ein bisschen... Da gibt es so, wir hatten irgendwie elf F-Jugenden oder so und wir waren irgendwie die siebte oder so. Ja, okay. Also du hast schon mit drei angefangen Fußball zu spielen? Genau, richtig. Das war dann wahrscheinlich eher so, also bei uns hieß es Grashüpfer, so. Ja, bei uns hieß es Minis. Okay, also einfach so, man konnte da hinkommen, wenn man Bock hat, ein bisschen kicken. Genau, richtig. Also der Hintergedanke von meinem Vater war sowieso schon immer, also ich soll, wenn ich etwas anfange, dann soll ich daraufhin auch dabei bleiben. Fußball war halt irgendwie auch dadurch, dass mein großer Bruder halt auch mit Fußball gespielt hat, also Fußball gespielt hat, war es für mich sowieso immer, ich will meinen großen Bruder so nacheifern und habe dann mehr oder weniger das getan, was er so gemacht hat. Und habe da halt auch mit Fußball gone und hat mir auch mega Spaß gemacht, nur sehr, sehr lange Zeit, definitiv. Und dann irgendwann ging es in die Grundschule und da hast du dann auch weiter Fußball gespielt, bis von Anfang an bei Hertha 03? Äh, nee, also begonnen habe ich wirklich mit Fußball bei Tennis Borussia. Ah. Genau, bin da von Tennis Borussia damals, weiß ich sogar noch, da ist mein Trainer gestorben, dann bin ich zur SCC gegangen, also unsere Mannschaft hat sich mehr oder weniger aufgelöst. Da bin ich zum SCC gegangen, da habe ich auch gespielt bis zur C-Jugend, dann bin ich zur BFC Preußen gegangen, also ich hatte sehr, sehr viele Vereine in meiner Fußballkarriere. Also du bist dann auch so in Südberlin aufgewachsen, wenn du ja nicht jetzt die ganzen Vereine höre? Ja, genau, also aufgewachsen bin ich in Charlottenburg, ja. Ah, okay. Ja, in Charlottenburg, Charlottenburg, Spandau, so in die Ecke, da bin ich aufgewachsen. Und in der Grundschule, was warst du, also eher so der Klassenclown, eher so der Außenseiter? Ja, definitiv Klassenclown. Ja? Definitiv. Also du warst auch an jedem Wochenende immer auf dem Geburtstag überall eingeladen, hattest viele Freunde damals, kann man sagen. Also ich hatte viele Freunde, das schon, ich war aber wirklich tatsächlich gar nicht so oft auf Geburtstagen, weil ich halt immer, ja, wenn ich dann mal Training hatte oder ein Spiel hatte, da war mir das wichtiger. Ich war auch ehrlich gesagt nur zweimal in meinem Leben auf Klassenfahrten, den Rest habe ich halt nie mitgemacht, weil mir halt immer das Training und das Spiel am Wochenende viel, viel wichtiger war als die Klassenfahrt. Ja, was ich im Nachhinein auch ein bisschen teilweise sogar bereue, weil da auch viel, viel schöne Momente vielleicht damit verloren gegangen sind. Aber ja, gut, ich habe mich dafür entschieden und jetzt muss ich damit leben, definitiv. Also du hast von Anfang an, also das ist ja eigentlich selten, wenn man jetzt nicht so im Bodybuilding umguckt, das ist ja meistens so bei meinen Gästen gewesen, die haben irgendwie auch Fußball gespielt halt, aber nicht in so Topniveau. Dann ging irgendwann das Feiern los und dann mussten sie erst mal lernen, Abstriche im Leben zu machen, um halt im Sport besser zu sein. Aber das hast du so in deiner Kindheit von Anfang an gelernt und hat sich das bei dir dann auch durchgezogen bis zum Wettkampf Bodybuilding oder hattest du zwischendurch auch eine Zeit, wo du mal gar keinen Sport gemacht hast? Nö, gar nicht, gar nicht. Also ich habe eigentlich mein Leben lang immer Sport gemacht und immer wenn ich Sport gemacht hatte, dann wollte ich auch mit zu den Besten gehören. Das war halt wirklich immer mein Anfangsziel. Ich habe mich dann in der Zwischenzeit kurz mal so ein bisschen verloren, das war zu dem Zeitpunkt, wo mein großer Bruder gestorben ist, der hatte Krebs. Und da habe ich mich so ein bisschen verloren. Wie viel älter war dein Bruder? Drei Jahre. Genau, der ist mit 17 dann gestorben, an Hirntumor. Und das war so die Zeit, wo ich mich auch so ein bisschen verloren habe, sage ich mal. Also Sport habe ich immer gemacht und es war auch immer ein Ventil, was mir auch immer geholfen hat. Aber das war so der Zeitraum, wo ich dann Sport nicht mehr wirklich so fokussiert habe und dann so ein bisschen, sag mal, in die dunkle Seite gerutscht bin. Was das, ja, also ich habe jetzt keine harten Drogen genommen, ich rede jetzt nie vom Kiffen und sowas, hat mich so ein bisschen gehen lassen. Ja, einfach so feiern in Berlin, was da so passiert ist. Genau, genau. Das war dann eher so meine dunkle Zeit. Habe aber eine starke Familie und auch einen coolen Freundeskreis, der mich da so ein bisschen rausgezogen hat wieder und habe dann auch wieder schnell Fuß gefasst. Aber so im Großen und Ganzen war ich immer zielorientiert. Okay, wir haben jetzt schon einen sehr großen Schritt gemacht. Erstmal nach der Grundschule ging es bei dir dann auf die Sekundarschule oder aufs Gymnasium? Nee, Gesamtschule hieß es bei mir noch zu dem Zeitpunkt, genau. Da war ich in der Wilmar Rudolf. Was für einen Jahrgang bist du? 95. Okay. Genau. Da war ich in der Wilmar Rudolf, war eine Sportschule. Da war ich auch in der Sportklasse. Also eigentlich mein Leben lang immer Sport. Immer Sport. Genau. Okay, geil. Und wie war das so? Hast du in der Nationalmannschaft auch eine Auswahl da teilweise in der Jugend gespielt? Nee, wäre schön gewesen, aber nee, habe ich nicht. Was für eine Position hast du eigentlich gespielt? Rechtsbüttelfeld. Ah, okay. Also du bist ziemlich schnell. Ja, also jetzt, ich glaube, ich bin schon lange nicht mehr gerannt, aber zu meinen Fußballkarrierezeiten war ich schnell, definitiv. Kann man das so sagen, dass auch wegen den, es gibt ja verschiedene, sind das Muskelfasern, die ja entweder so schnell zuckend oder irgendwie ausdauernd sind. Kann man das dann auch so sagen, dass Leute, die schnell sind, meistens einen Vorteil im Muskelaufbau haben? Ich denke mal, du hast auf jeden Fall eine gewisse Veranlagung definitiv dazu. Letztendlich ist aber Muskelaufbau, ja, kontraproduktiv für den Fußball, also im übertriebenen Sinne. Also natürlich brauchst du eine gewisse Grundmuskulatur. Fußball hat auch viel mit Technik zu tun. Wenn du das Sprinten siehst, da habe ich mir auch viel Videos angeschaut von Marathonläufern, also beziehungsweise von Sprintern, Usain Bolt, wie er denn ansprintet, also sozusagen um schneller zu werden. Da gibt es ja auch gewisse Techniken. Aber im Großen und Ganzen ist ja jetzt ein großer Oberschenkel für den Fußballer eher kontraproduktiv. Aber ich würde sagen, dass ich dadurch, dass ich sowieso immer Sport gemacht habe, eine gute Veranlagung dazu hatte. Definitiv. Und hat unter dem ganzen Fußball und später dann, ich weiß nicht, wann du mit dem Kraftsport angefangen hast, aber hat unter dem Sport auch deine schulische Leistung gelitten? Ja, Schule war halt nicht immer so meine erste Priorität. Also ich würde sagen, dass ich nie wirklich gut in der Schule war. Ich habe halt immer alles geschafft, ohne großartig Mühe zu investieren, aber ich war nie gut. Also ich war immer so, ja, ich habe es halt geschafft. Also MSA zum Beispiel habe ich eine 4-4-5 gehabt, das Schlechteste, was man braucht, um zu bestehen. Und das hatte ich halt. Aber ich muss doch ehrlich sagen, ich habe da nicht wirklich krass viel Wert drauf gelegt. Also für mich war immer so, ich werde sowieso Fußballprofi. Also so der klassische Gedanke eines Jugendlichen, der mit Fußballspielen beginnt. Mir war so, ja, ich werde eh Profi. Und den Ernst des Lebens habe ich dann erst irgendwie später gecheckt, wo ich dann irgendwie gemerkt habe, okay, Schule ist jetzt vorbei und vielleicht wird Fußballprofi doch nichts werden. Was mache ich denn jetzt? Aber ich muss ehrlich sagen, so in der 9. und 10. Klasse war so mein Gedanke, Schule, ja, pff. Ist zwar schön, aber ist jetzt nicht meine Priorität. Wie kam das bei den Eltern an? Also du hast ja erzählt, dass dein Vater dich zum Fußball gebracht hat. Genau. War das dann auch so, dass er meinte, ja, zieh das voll durch und Schule mach einfach nebenbei so gut, wie es läuft? Oder hast du dann schon Druck bekommen und gab es dann da manchmal ein bisschen Stress, dass du Schule mehr durchziehen solltest? Also definitiv gab es natürlich auch Stress zu Hause. Also ich hatte da wie jeder andere Jugendliche, glaube ich, auch Probleme mit den Eltern, was so Schule betrifft. Aber mein Vater war da eher ein bisschen entspannter. Meine Mutter war die, die halt wirklich so lernen, lernen, lernen. Muss aber auch dazu sagen, zu dem, wo ich 14, 15 war, begann ja auch diese Geschichte mit meinem Bruder. Und meine Eltern waren halt auch stark abgelenkt und waren halt wirklich fokussiert für die, also wegen der Thematik mit meinem Bruder. Und haben mich da so ein bisschen, ich will nicht sagen, vergessen, aber die hatten halt andere Probleme. Und dadurch habe ich dann immer so, war ich immer mehr so für mich. Und ja, ich hatte natürlich auch das Bewusstsein, okay, Schule ist wichtig, du musst es schaffen, aber mir war egal, wie ich es schaffe, ob es eigentlich schaffe ist. Also ich hatte jetzt nicht irgendwie, ich muss jetzt ein 2 haben in Deutsch oder so. Für mich war immer so, okay, 4 ist ausreichend, reicht. Ist bestanden, ja. Ja, genau. Und wie ging es dann weiter nach dem MSA? Hast du Abi gemacht? Genau, nach dem MSA habe ich, also kein Abitur gemacht. Ich habe dann eine Ausbildung gemacht als Konstruktionsmechaniker in den Oster Knobitzdorf. Die ging dreieinhalb Jahre lang, glaube ich, die Ausbildung, drei Jahre, dreieinhalb Jahre. Und dann habe ich für ein halbes Jahr bei Siemens gearbeitet, was ich gar nicht geil fand. Und habe dann überlegt, okay, was will ich denn machen? Und wusste ehrlich gesagt zu dem Zeitpunkt immer noch nicht, was ich machen möchte. Habe dann das Fachabitur begonnen in Richtung Bautechnik, habe ich auch geschafft. Habe dann aber festgestellt, dass das schon extremst mathe-lastig ist und Mathe nie meine Stärke war. Und ich auch gar keinen Bock hatte, jetzt irgendein Studium zu beginnen, weil ich schon Probleme hatte in meinem Fachabitur mit der Mathematik. Und ein Studium ja sicherlich nochmal intensiver wird. Dachte ich mir, okay, dann gehst du einfach zur Feuerwehr. Habe es da probiert, hat geklappt. Bin seitdem jetzt auch Feuerwehrbeamter und bin auch relativ glücklich. Wie lange hast du bei Siemens gearbeitet dann? Halbes Jahr ungefähr. Und wie sah so da die Arbeit aus? Weil unter dem Job kann ich mir, vom Namen her, kann ich mir zum Beispiel nichts vorstellen. Ja, also es war, letztendlich war es Fließbandarbeit. Also ich war eigentlich nur dafür da, um, also wir haben da letztendlich so eine Klimaanlage, so eine ganz, ganz große Klimaanlage gebaut. Es gab es mehrere Stationen. Ich glaube, 1 bis 15 Stationen ungefähr. Und ich war auf der Station 3. Und meine Aufgabe war es halt eigentlich, letztendlich 8 Stunden lang am Tag Schrauben zu fetten und dieses Gehäuse zu putzen. Und das musste ich dann halt weiterschicken zur nächsten Station. Also ich habe eigentlich nichts gemacht, außer Schrauben fetten und das Gehäuse putzen. Was waren da so viele Leute? Also bei dem Job, das klingt ja schon jetzt, wenn man es jetzt einfach so ausdrücken würde, ein bisschen hohl, da die ganze Zeit irgendwelche Sachen. Ja, definitiv. Hast du da schon gemerkt, dass die Leute da keinen Bock auf ihren Job haben? Ja, also da gab es gar keinen großartigen Kontakt zu anderen Arbeitskollegen. Das war halt wirklich Station für Station. Die Stationen waren auch abgesperrt. Also ich konnte jetzt nicht mit Station 4 irgendwie reden in der Pause oder so. Ich war halt in meiner Station alleine, 8 Stunden lang. Habe da mein Ding gemacht, also meine Aufgabe, die ich machen musste. Und nach 8 Stunden bist du halt wieder gegangen. Und es war komplett monoton und dann dachte ich mir auch so, Alter, das willst du jetzt 45 Jahre deines Lebens machen, das geht gar nicht. Und habe da auch schnell die Reißleine gezogen. Aber von den Kollegen her kann ich gar nicht großartig sagen, wie die waren, weil ich hatte gar keinen Kontakt zu denen. Also Mittagspause saue ich halt auch immer alleine. Habe da mein Zeug gegessen. War auch zu dem Zeitpunkt, wo ich bei Siemens gearbeitet hatte, gerade eine Wettkampfvorbereitung. Das war 2017. Und da ist man ja sowieso immer so ein bisschen so für sich während der Wettkampf.de. Die anderen Leute, die sowas nicht machen, verstehen sowas nicht. Und für die bist du eher so ein Freak. So, hä, warum isst du denn jetzt dein Reis mit Brokkoli? So, ess doch lieber hier einen schönen Döner. Hat aber halt einfach nicht gepasst zu dem Zeitpunkt. Und ja, also ich kann dir gar nicht genau sagen, wie die Kollegen waren, weil ich da nicht großartige Gespräche mit denen geführt hatte. Ich muss jetzt ganz kurz mal bei der Kamera gucken, weil ich gesehen habe, dass die im Kieler... Typisch Technik. Ich hasse diese Probleme. Ich und meine Freunde haben uns auch neulich ein Fernsehen gekauft. Ey, das ist wirklich... Weißt du, früher hast du ein Fernsehen angemacht, Fernsehen lief. Heute musst du irgendwelche Updates machen und dann... Oh Gott, kotzt mich das an. Dann musst du WLAN einrichten und... Scheiße, ich will es einfach nur anmachen und Fernsehen gucken. So, geh mir nicht auf den Ja. Vor allem sicherlich ist es voll einfach, wenn du dich damit auskennst. Aber ich bin da immer so und dann was und dann... Boah, da musst du da irgendwelche Seiten, da musst du... Ich drücke sowieso immer generell überspringen. Ich habe gar keine Ahnung. Einfach überspringen, überspringen. Ich brauch noch nie eine Bedienungssache. Ist das wirklich wahr? Ach, herrlich. Okay, also wir hatten gerade ein kleines technisches Problem. Das passiert. Aber ich wollte eh nochmal darauf eingehen, warum du dann irgendwann Fußball aufgehört hast. Ja, ja. Also ich habe parallel... Also bis zu meinem 18. Lebensjahr habe ich Fußball gespielt und parallel mit meinem 15. Lebensjahr habe ich mit Fitness begonnen. Und es war halt immer so, dass ich dann immer... Also ich war immer motiviert und diszipliniert, was Fußball betrifft. Ich habe wirklich immer mehr gemacht als die anderen. Also wenn die anderen in die Kabine gegangen sind, war ich noch auf dem Feld und habe Freistöße geübt oder sonst was. Also ich war wirklich immer länger auf dem Platz. Teilweise sogar zu Hause geduscht, weil der Platzwart dann die Scheiße abgesperrt hat. Also die Kabine zugemacht hat. Und ich halt nicht mehr duschen konnte. Bloß dann habe ich halt irgendwann realisiert, okay, wofür machst du das Ganze? Hast du denn irgendwie perspektivisch noch irgendwie die Chance, Profi zu werden? Und wie gesagt, parallel dazu habe ich mit 15 mit Fitness begonnen. Habe dann halt immer beim Fitness immer mehr Fortschritte gemacht. Und beim Training war das dann so, dass beim Fußball ich teilweise Trainingseinheiten hatte, wo ich gar nicht geschwitzt hatte. Und dann dachte ich mir, okay, ich bin jetzt hier, aber um zu trainieren. Und habe dann immer abgewägt, okay, ich hätte jetzt auch beim Fitness sein können. Und beim Fitness hätte ich viel mehr machen können. Und ja, wie gesagt, ich hatte beim Fitness dann immer mehr Fortschritte gemacht, immer mehr Komplimente bekommen und dann auch Motivation daraus gezogen. Und beim Fußball halt immer weniger. Das war jetzt so eine Abwärtsspirale. Fitness ging hoch und Fußball immer weiter runter. Und dann irgendwann hat mich mein 18. Lebensjahr, habe ich dann gesagt, okay, Fußball, ich sehe jetzt keine Chance mehr, irgendwie da großartig rauszukommen. Ich lege alles auf Fitness. Aber ist dann wirklich Fitness beziehungsweise Bodybuilding der richtige Weg, wenn man da Geld verdienen möchte oder eine Perspektive haben möchte? Nee, ich habe das gar nicht des Geldes wegen gemacht, ehrlich gesagt. Also ich wollte es einfach wirklich für mich machen. Ich habe mit so einem, zu meinem 15. Lebensjahr, habe ich das erste Mal ein Bild von Lars Angelouf gesehen. Und in meiner Welt war das damals natural. Und ich habe gesagt, ich möchte auch so aussehen. So, das war so mein Ding. Und als Fußballer wollte ich immer aussehen wie Cristiano Ronaldo. Für mich war das damals so der übelste Körper. Also besser ging gar nicht so in meiner Welt. Habe dann, wie gesagt, irgendwann durch Facebook, glaube ich, ein Bild von Lars Angelouf gesehen. Und dadurch, dass ich halt wieder, also immer wieder mehr Fortschritte gemacht habe beim Fitness, ich wurde stärker, ich wurde brachialer, habe ich dann halt auch mein Schönheitsideal verändert, von Cristiano Ronaldo zu Lars Angelouf. Und bin dann halt zur Fitness umgestiegen. Aber nicht unbedingt wegen des Geldes wegen, sondern einfach nur, weil ich halt so aussehen wollte, wie dieser Mann auf dem Bild. War das dann auch irgendwie so, dass der Trainer dann mal zu dir kam und meinte, weil eine gewisse Muskelmast, dass er dann auf dem Fußball Nachteil hat, also nachteilig, oder war das bei dir noch nicht so weit? Doch, doch. Zum Ende hin war das dann wirklich so, dass der Trainer gesagt hat, Marco, du musst langsam aufpassen, du wirst ein bisschen zu breit. Für mich war das aber immer da rein, da raus. Ich war sowieso zu dem Zeitpunkt, wo ich dann angesprochen wurde, Marco, du wirst langsam zu breit, war ich schon so in dem Fitness-Bodybuilding-Game drin, dass Fußball für mich einfach nur noch eine Last war. Und ich dann gesagt habe, okay, alles klar, was er mir sagt, das ist jetzt mir egal, ich will mit Fußball eh nichts mehr reißen, ich höre hier eh bald auf. Aber zum Ende hin war das dann schon ein Thema. Bei mir war das auch irgendwann dann so, also es war ja beides auf einem niedrigeren Level, aber dass man dann irgendwann verstanden hat, dass die beiden Sportarten sich ja auch ein bisschen gegenseitig schaden, also von der Regeneration her. Hast du das damals auch schon realisiert, oder war das bei dir so, dass du dachtest, du schaffst es beides, und brauchst da jetzt einfach durch. Bei mir war es so irgendwie mit Beintraining dann. Man hatte eigentlich die ganze Zeit Muskelkater, weil man entweder gerade aus dem Fitnessstudio kam, oder vom Fußballtraining. Und dann gefühlt beim Wabenmachen habe ich schon gemerkt, dass ich immer noch einen verkaterten Oberschenkel habe. Und dann dachte ich mir auch irgendwann, dass beides halt nicht mehr so gut zusammen funktioniert. Definitiv. Ich habe auch zu meinen, ich glaube, ich habe, ja, währenddessen ich parallel mit Fitness begonnen habe und zu dem Zeitpunkt noch Fußball gespielt habe, habe ich auch keine Beine trainiert, weil ich das halt immer gebissen hat. Also ich konnte beim Fußball nicht 100% Leistung geben, wenn ich da mega verkatert hinkomme. Und teilweise war das wirklich so, dass ich auch Fußballtrainingstage geskippt habe, weil ich zu krassen Muskelkater hatte in den Beinen. Und ja, klar, irgendwann, wenn du natürlich im Fitness-Bodybuilding-Bereich besser werden möchtest, musst du halt abwägen, okay, setze ich jetzt meine Priorität auf Fitness-Bodybuilding oder meine Priorität auf Fußball? Und ich habe meine Priorität auf Bodybuilding gesetzt. Weil beides zusammen geht nicht. Wie oft hattest du damals Training? Fünfmal die Woche plus einmal am Wochenende Spiel. Das ist dann ja auch mit den Kalorien, weil das du da verbrennst, immer schwer wieder reinzubekommen. Das war es auch schwer. Hast du damals schon auf Ernährung geachtet und dann irgendwie abends noch so eine ganze Nudelbowl reingehauen? Ja, also ich war komplett krank. Also ich habe mir sogar abends Wecker gestellt und bin dann um drei, vier Uhr morgens aufgestanden, weil ich der Meinung war, ich muss meine Protein-Moskel-Synthese anregen. Wie Markus rührt auf der Toilette den Thunfisch. Also wenn ich das jetzt aus meiner aktuellen Sicht betrachte, Toilette hat das Schwachsinn. Aber ich habe es gemacht. Ich wusste es nicht besser. Ich habe mir dann vorm Schlafengehen nochmal eine Käseplatte gemacht, Wecker, drei Uhr morgens, dann nochmal die Käseplatte verschlungen. Ja, also ich habe auf jeden Fall schon mit meiner Ernährung immer irgendwie was zu tun gehabt. Also nach meinem Fußballleben. Während meines Fußballlebens war mir das egal. Hauptsache ich werde satt. Bloß parallel mit dem Fitness habe ich mir ja natürlich auch Gedanken gemacht, wie so Ernährung technisch und sowas, wie ich das optimieren kann. Ich finde sowas motiviert einen aber auch. Wenn ich jetzt zum Beispiel heute denke, zum Beispiel nach einer Podcast-Aufnahme ist bei mir immer so der Kopf immer so ein bisschen durch, weil man konzentriert sich die ganze Zeit und ist ja die ganze Zeit auch präsent. und jetzt zum Beispiel heute Abend Beintraining, dann ist man halt nicht mehr so konzentriert, aber ich denke mir dann, ich habe früher, keine Ahnung, noch Fußballparallel dazu gespielt oder allgemein, was man früher so für Sachen gemacht hat, die eigentlich jetzt im Nachhinein dumm sind, die einem gar nichts bringen. Aber daran merkt man so, das hat mir so wenig gebracht, aber ich habe da so viel geopfert, was einen jetzt dann immer noch motiviert. Ganz klar. Also wie alt warst du, als du dann mit dem Fitnessstudio angefangen hast? Genau, also 15 Jahre genau. Also direkt an meinem 15. Geburtstag. Wahrscheinlich in den McFit. Genau, richtig. Genau an meinem 15. Geburtstag hat mein Vater mich abgeholt. Da weiß ich noch, da hatte ich so eine Tour mit meiner Klasse in Wolfsburg und dann hat er mich abends abgeholt und hat gesagt, Marco, komm, wir gehen zu McFit. Und ich habe mich gefreut wie ein Keks. Wie ein Keks. Und dann direkt an meinem 15. Geburtstag. Deswegen kann ich dir auch immer ganz genau sagen, wie lange ich Fitness mache, weil ich genau an meinem 15. Geburtstag mich angemeldet habe. Aber ich finde das stark. Also ich hatte das im letzten Podcast. Da habe ich ihn auch gefragt, wie lange er schon trainiert. Und viele sagen dann ja immer, seitdem sie Bodybuilding machen. Also sagen, ich trainiere zwei Jahre, weil sie seit zwei Jahren Bodybuilding machen. Aber sie trainieren schon seit acht Jahren oder sechs Jahren. Aber am Anfang halt immer nur so halb. Deswegen finde ich das immer ein bisschen, so wenn man Leute sieht und die sagen, die trainieren seit einem Jahr. Und dann fragt man sich mal so, trainiert er jetzt wirklich seit einem Jahr? Und dann kommt irgendwann raus, ja, er hat früher halt nicht richtig durchgezogen. Und ich finde es halt immer schwer dann für die Zuschauer, weil die dann denken, ich trainiere jetzt ja schon ein Jahr länger und sehe nicht mal halb so gut aus. Ja, das ist halt immer, nee, aber ich trainiere seit, also wenn man das jetzt mal so betrachtet, trainiere ich seit einem dritten Lebensjahr. Ja, okay. Jetzt Muskelaufbau. Genau. Da bin ich wirklich gezielt seit meinem 15. Lebensjahr dabei. Aktuell sind es halt 13,5 Jahre ungefähr. Und die habe ich auch eigentlich kontinuierlich immer durchgezogen. Also wie gesagt, ich hatte da mal eine dunkle Phase, aber selbst auch in meiner dunklen Phase war ich fünfmal die Woche im Gym. Natürlich bin ich mit 100% im Fokus, aber ich war da. Ja, trotzdem einfach durchziehen. Definitiv, klar. Was hat dich damals dann motiviert gleich? Also du hast ja gesagt, du hast dich mega gefreut, als du das erste Mal ins Stream konntest. Woher kam das? Also mein Bruder hat halt auch angefangen mit 15, mit Fitness. Und ich wollte sowieso immer, mein Bruder war halt immer so der Checker, der Player. Und der hatte halt immer die ganzen Frauen halt um sich rum. Du kannst dir sagen, was du möchtest. Ja, der war halt sehr beliebt. Und ich war halt immer so, ah, guck mal, der kleine Bruder von Vito. Und ich wollte halt auch immer so sein wie mein Bruder. Und mein Bruder war halt zu dem Zeitpunkt, er war halt schon stabiler als die anderen in seinem Alter. Und es lag halt unter anderem daran, weil er halt auch sehr, sehr sportlich war und auf sich Acht gegeben hat. Und ich wollte dem halt auch immer nacheifern. Zusätzlich kam halt natürlich noch mein Schönheitsidea mit Laza Angelouf. Und das waren halt erstmal so meine Beweggründe, warum ich überhaupt ins Fitnessstudio renne. Und was waren dann deine ersten Informationsquellen? Woher hast du deine Informationen bekommen? Ganz klar Karl S. Wirklich? YouTube, Karl S, Daniel, wie heißt der Nummer hier? Daniel, nee, ich geh hin. Nee, ich heiße Daniel. Das ist nicht meine Zeit. Tim Gabel, genau. Tim Gabel, ja. Ja, Tim Gabel. Ja, hier, Karl S, Tim Gabel. Das war so meine Informationsquelle, der heilige Gral der Fitnessszene. Und das heißt, du hast dann den Oberkörper anfangs trainiert gegen Fußball und trotzdem schon einige Erfolge gehabt. Genau, genau. Wann war dann so der Zeitpunkt, wo du Wettkampfbodybuilding machen wolltest? Ja, das war halt sehr, sehr spontan, kam das ehrlich. Also 2017 war das, da war ich zwei Jahre im Gym. Ja, nee, Quatsch. War ich da zwei Jahre im Gym? Quatsch. Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Also wenn du 95 Jahrgang bist und 15 Jahre mit 15 Jahren angefangen hast, dann war das doch 2010 oder nicht. Ja, du weißt, ich hab... Ja, mein, siehst du, da sind wir ja in Thematik, Mathematik, genau, deswegen hab ich keine Studie gemacht. Aber ist richtig. Genau, 2017 war ich das erste Mal auf der Bühne und es war recht spontan, also ehrlich gesagt, da kam Maxim zu mir, das war damals ein Junge, der auch im Backfit Spandau trainiert hat und der hat zu mir gesagt, ja, Marco, ey, ich will jetzt einen Wettkampf machen, lass mal zusammen eins machen. Und ich so, ja, okay. Also bei mir war das so, ja, okay, lass einfach einen Wettkampf machen. Und dann hatten wir noch damals Aldian Andiakic, der war unser Trainer, der hat uns dann kostenlos gecoacht, also begleitet zum Wettkampf hin. Bin ich auch sehr dankbar rüber, wir waren seine Versuchskaninchen und für ihn lief es auch sehr gut. Also Maxim wurde damals erster Platz und ich wurde dritter Platz und ja, das war wirklich recht spontan, also eigentlich nur durch Maxim, der zu mir kam und gesagt hat, ich will einen Wettkampf machen, mach mal bitte mit. Dann meinte ich, okay. Ja, machen wir zu zweit. Ja, das war halt wirklich recht spontan, das war einfach, ich hab gar nicht überlegt. Ich hab einfach gesagt, ja, okay, lass Wettkampf machen. Wie kam der Kontakt zu Aldin? Ja, auch durch Maxim. Maxim hatte Kontakt durch Aldin, wie die sich kennengelernt haben, kann ich dir jetzt gerade gar nicht sagen, aber die kannten sich irgendwie privat auch. Ja, da hatten wir auch den einen oder anderen Videodreh zusammen mit Aldi Andiakic und genau, dann haben wir uns mal getroffen, damals war ja noch Trainer bei Superfit oder bei Crunchfit, ich weiß gerade gar nicht. Ich glaub, Superfit war das. Da haben wir uns mal getroffen für eine Stunde, da hat er so ein bisschen mit uns gequatscht, was er so vorhat, was er sich vorstellt, was wir uns vorstellen und dann ging das auch relativ schnell. Haben wir uns jede Woche getroffen zum Posing-Seminar und haben da so zu dritt gehustelt und haben den Wettkampf bestritten. Wusstest du damals schon, was es so alles kostet, so einen Wettkampf zu machen? Gar nicht. Weil zum Beispiel jetzt Tim Gabel oder Karl S., die waren jetzt ja keine Wettkampf-Vorliebe. Ja, nee, ich hatte gar keine Vorstellung davon. Also 2017 habe ich auch nur einen einzigen Wettkampf gemacht, das war damals die IGNBF, die in Neu-Ulm, die internationale deutsche Meisterschaft und es war halt noch recht überschaubar. Also es war halt noch ein Wettkampf, es war halt nur ein Wettkampf und dementsprechend war jetzt, also mir war schon klar, dass ich da ein bisschen was ausgeben muss für, also Anfahrtskosten und hast du nicht gesehen, aber es war halt überschaubar. War das damals dieser IG, wie hieß der Verband? Also GNBF war der Verband. Ach, GNBF, GNBF, ja. Aber das war die internationale deutsche Meisterschaft. Ah, ah, okay, macht Sinn. Damals war ja wahrscheinlich das Teilnehmerfeld auch noch ein bisschen kleiner als heutzutage. Erinnerst du dich noch daran? Beim ersten Wettkampf waren wir schon über 20 Athleten auf der Bühne. Also es war gar nicht so wenig. Das war schon, ja, das war schon voll. Wie viel hast du damals gewogen? Auf der Bühne war ich trocken mit 80 Kilo. Auf 1? 1,80, genau. Auf 1,80. Das war in zwei Jahren ziemlich schnell aufgebaut eigentlich. Obwohl du hast ja länger trainiert jetzt scheinlich. Ja, ich habe länger trainiert, genau. Das waren dann 5 Jahre Trainingszeit oder 6 Jahre Trainingszeit, die ich da hinter mir hatte, genau. Und wie hat deine Familie darauf reagiert, auf Wettkampf Bodybuilding? Also konnten die sich darunter überhaupt was vorstellen? Gar nicht, gar nicht. Also meine Mutter ist sowieso jenseits von Sport. Also sie hat, glaube ich, in ihrem Leben noch nie Sport gemacht. Mein Vater schon, aber der konnte sich über Bodybuilding auch nichts vorstellen. Also er ist halt da wirklich erst durch mich so reingekommen. Für ihn war das halt natürlich toll. Für ihn war das ein neues Erlebnis und ein cooles Event. Die haben sich auf jeden Fall gefreut. Die haben mich auch unterstützt. Also mein Vater hat nie irgendwie gesagt, so du Marco, mach das mal nicht, mach mal was anderes oder so. Er hat mich eigentlich bei allem unterstützt. Also auch wenn ich jetzt hätte gesagt, ich möchte Balletttänzer werden, hätte er gesagt, go for it. Also wenn du Bock drauf hast, dann machst. Das war eigentlich selten, ne? Also bei Bodybuilding sind ja die meisten Eltern, glaube ich, schon ein bisschen skeptisch wegen der strikten Ernährung und dem wenigen Körperfett dann zum Beschluss. Ja, also die haben sich schon natürlich, also gerade wenn der Wettkampf geht, haben die sich schon zum Ende hin auf jeden Fall Sorgen gemacht, weil das natürlich auch alles andere als gesund aussieht, ganz klar. Aber die haben halt immer vertraut. Die haben gesagt, Marco, du wirst es schon machen. Du machst schon das Richtige. Und ich habe denen auch dieses Vertrauen gegeben. Also ich habe ihnen halt auch immer, ich war halt auch immer offen. Also ich komme mit meinem Papa über alles reden und wenn er zu mir gekommen ist und gesagt hat, Marco, du mach bitte keine Scheiße und ich vertraue dir, dann habe ich gesagt, ja, Papa, vertrau mir. Also ich mache das. Und wenn da jetzt irgendwie was aus dem Ruder geraten wäre, dann wäre ich auch zu meinem Vater gegangen und hätte gesagt, du Papa, ich brauche deine Hilfe. Und da kann ich mit zehn Milliardenprozentiger Wahrscheinlichkeit sagen, dass er mir auch hätte geholt. Das ist wirklich sehr schön. Hast du es im Nachhinein bereut, dass du so früh einen Wettkampf gemacht hast oder meinst du, es war eine wichtige Erfahrung und hättest du es im Nachhinein anders gemacht? Also zum Beispiel die Diät anders, die war wahrscheinlich, war das damals so, Hähnchen mit Reis-Diät. Ja, das war, also was die Diät betrifft, war Hardcore und da hätte ich definitiv einiges anders gemacht. Aber ich bereue die Erfahrung nicht, die ich gemacht habe. Die Erfahrung, die ich gemacht habe, war Gold wert. Ich habe extremst viel über mich kennengelernt, ich habe extremst viel über mein Umfeld kennengelernt und ich habe durch diese Wettkampf-Diät auch einfach gelernt, Sachen durchzuziehen. Es gibt schwere Tage, die sind auch nicht schön, aber durch diese musst du durch. Und das habe ich halt auch einfach gelernt und hätte ich diese Wettkampf-Diät nicht durchgezogen, und ich glaube, ich wäre dann heute nicht der, der ich bin. Wie lange ging die Diät damals? Weißt du das noch? Ja, glaube ich, damals haben wir, das erste Mal haben wir, glaube ich, 20 Wochen diätet oder so. Genau, aber ich habe auch in der Diät halt viel, viel falsch gemacht. Auf jeden Fall. Begonnen habe ich schon mit, ich habe die Sachen halt nicht roh abgewogen. Das war schon der erste Fehler. Ich habe halt immer... Das heißt, du hast viel weniger eigentlich gegessen, was auf dem Plan stand. Ja, das war schon der erste Fehler. Und ich habe halt immer mein Reis gekocht und habe es dann halt abgewogen. Und das war, das habe ich nicht nur mit Reis gemacht, mit Fleisch, mit allem. Und dann erst so nach sechs Wochen, nach sieben Wochen, wir haben halt immer das Gewicht gecheckt und ich war halt schon mega weit unten. Und Aldi hat gesagt so, Alter, Marco, machst du noch irgendwie zusätzlich einen anderen Sport oder sowas? Ich mache das so, wie du es gesagt hast. Und dann haben wir nach einem Gespräch haben wir dann rausgestellt, ja, ich wiege das halt falsch ab. Ja, und das war dann halt schon mit einer der ersten Fehler, ganz klar. Und damals war ja wahrscheinlich so auf Social Media auch Wettkampf, vor allem naturaler Wettkampf vor dem Bild noch gar nicht so vertreten, oder? Genau. Trotzdem hast du ja mittlerweile jetzt schon einige Wettkämpfe bestritten. Ja. Und was, wenn jetzt ein Zuschauer oder ein Zuhörer auch eine Wettkampf Diät starten möchte, was meinst du, was man dafür braucht? Also, es ist natürlich immer schwer zu sagen, du musst jetzt so und so viele Jahre trainieren. Ja. Aber vielleicht auch so andere Sachen wie ein Coach, vielleicht ein gewisses Umfeld, was sind so Sachen, die man bei seinem ersten Wettkampf braucht? Ja. Also definitiv würde ich auf jeden Fall erstmal mit mir selber im Klaren sein. Es gibt viele Leute, die machen eine Wettkampf-Diät nicht, weil sie die Erfahrung machen wollen, sondern weil sie sich dadurch halt irgendwas anderes erhoffen, wie im Sinne von, jetzt gerade, weil du Social Media angesprochen hast, Reichweite oder so. Das würde ich erstmal beiseite legen. Also, wenn du einen Wettkampf machen möchtest, dann mach es, weil du diesen Wettkampf machen möchtest und nicht, weil irgendjemand dich dazu nötigt oder du dir dadurch erhoffst, irgendwelche Klicks zu generieren oder sowas. Das ist schon mal Punkt eins, weil nur dann wird dir die Diät langfristig auch irgendwie nutzen und du wirst die auch nicht so mit vielen Problemen, also du wirst nämlich mit so vielen Problemen konfrontiert. Weil wenn du von dir die Energie ziehst und sagst, ich möchte diese Erfahrung machen, dann wirst du weniger Probleme haben, als wenn du es für jeden anderen machst. Das ist mal so Punkt eins. Dann auf jeden Fall Punkt zwei, würde ich sagen, wenn du eine Wettkampfdiät machen möchtest, natürlich auch Training. Also ich würde jetzt nicht nach einem Monat mich dazu entscheiden, eine Wettkampfdiät zu machen. Also das Grundfundament sollte schon stimmen irgendwo. Ja, definitiv. Und du solltest dir natürlich auch im Klaren sein, was das alles bedeutet, so eine Wettkampfdiät. Also es ist extremst viel Verzicht. Dein ganzes Umfeld leidet darunter. Deine Familie leidet darunter. Du wirst dich auch charakterlich extremst verändern. Also weil du halt natürlich weniger isst. Dadurch, dass du weniger isst, laufen die Hormone nicht mehr so gut und die Hormone sind das, was wir sind. Also unser Charakter wird durch unseren Hormonen gesteuert. Und dadurch, dass du halt da in der Diät, in dieser Wettkampfdiät, die ja wirklich extremst radikal ist und auch anstrengend ist für den Körper, weniger Hormone hast, wirst du dich charakterlich verändern. Und das muss dein Umfeld auch akzeptieren und tolerieren. Und deine Familie auch. Du hattest ja anfangs gesagt, dass man es nicht für Social Media machen sollte. Ja. Also jetzt mal angenommen, man macht den Wettkampf nicht deswegen, aber wäre ein Wettkampf eine gute Möglichkeit, Leute kennenzulernen, die dieselben Interessen haben? Also hast du auf den Wettkämpfen schon gutes Networking gemacht und einige Kollegen kennengelernt? Oder was herrscht da so für eine Atmosphäre hinter der Bühne? Ja, also ich würde schon sagen, dass das naturale, also das, was ich jetzt so kennengelernt habe, meine Erfahrungen, die sind alle sehr, sehr cool. Also du bist ja da auch unter deines Gleichen. Also jeder hat das gleiche Ziel, wenn du auf die Bühne bist. Jeder hat das gleiche durchgemacht wie du und jeder hat die Ambition zu gewinnen. Also du gehst nicht in den Krieg, ohne Gewinn zu wollen. Also du machst ja keinen Wettkampf mit und sagst, okay, ob ich jetzt Zehnter werde oder so, ist mir egal. Also bei mir ist es zumindest so. Wenn ich das mache, dann will ich da auch gewinnen. Das ist meine Intuition. und das merkst du auch definitiv. Aber es ist nicht so, dass dir jemand nicht gönnt. Also ich hatte da wirklich nur durchweg gute Erfahrungen mitgemacht. Also wenn du da Backstage warst, da hat man sich die Hand gegeben, hat gesagt, ey, viel Glück, wir reißen heute ab, geile Show, let's go. Da war niemand irgendwie, der da nicht gegönnt hat oder so. Und auch Backstage, wenn du dich aufgepumpt hast und da gerade mal keinen Platz hattest, dann bist du halt einen Schritt so nach links gegangen und hast gesagt, komm, hier, mach. Oder wenn du mal irgendwie deine THX-Bänder vergessen hast oder irgendwas anderes, um dich da irgendwie in Ordnung, ordentlich aufpumpen zu können, dann hast du da den Athleten neben dir gefragt und der hat dir da geholfen. Also das ist, das was ich so kennengelernt habe, das ist kein Krieg da hinten. Also da gönnt jeder. Weil in dem Moment sind wir alle eins. Wir sind alle da, um zu gewinnen. Wir sind alle da, um Spaß zu haben und diese Erfahrung zu sammeln. Und ja, da war auch nichts irgendwie von, ich gönne dir nicht. Also jeder, der gegen mich gewonnen hat, den habe ich gegönnt, definitiv. Gab es jemanden, wo du jetzt sagst, ja, mit dem stand ich schon 2017 auf der Bühne? Also vielleicht irgendjemanden, den man von Social Media kennt oder irgendjemanden, mit dem du sonst noch Kontakt hast von damals? Nee, gar nicht, ehrlich gesagt. Gar nicht, nee. Okay. Also es ist jetzt keiner, der groß rausgekommen ist damals? Nee. 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 Gibt es davon richtig Videomaterial damals noch vom ersten Wettkampf? Videomaterial, ja doch, glaube ich, ja. Also Fotos gibt es und Videomaterial dann nur halt in meiner Galerie bei Snapchat. Ach so, ja. Aber jetzt, ja, ich glaube, so ein paar Szenen habe ich noch. Bist du zufrieden mit deiner Form damals gewesen? Ja, definitiv. Auch jetzt im Nachhinein noch? Ja, klar, definitiv. Also Beine waren halt natürlich nicht so stark, das ist aber auch ein Grund, warum ich Dritter wurde. Die ersten Beine waren schon beintechnisch weiter als ich, aber ja, ich sah gut aus, definitiv. Hattest du damals so einig, also außer Beine? Eine extreme Schwäche? Naja, meine Schwachstellen würde ich mal wirklich behaupten sind so meine Extremitäten, also Beine und Arme. Das war halt auch ein Problem, was ich halt hatte durch Fitness-YouTube. Dann habe ich irgendwann auch Markus Rühl geguckt. Das war der größte Fehler, den ich machen konnte, als Naturalathlet auf so einen Stoffer zu hören, weil Markus Rühl hat immer propagiert, hat so, ja, trainier keine Arme, macht keinen Sinn, weil du ja sowieso, wenn du Brust trainierst, hast du ja auch Arme mit drin. Und das habe ich halt jahrelang auch befolgt und dadurch sind meine Arme auch nicht gewachsen. Weil wenn du deine Arme zum Wachsen bringen möchtest, dann musst du sie isoliert trainieren. Aber für mich, dieses Wissen hatte ich früher nicht. Für mich war das immer so, ja, ich mache ja Bankdrücken, da sind ja auch Arme mit drin. Ja, jahrelang auch wieder was falsch gemacht. Wahrscheinlich auch darauf an, wie man die trainiert. Wenn man jetzt so die Ausführung nicht so doll beachtet, wie zum Beispiel Markus Rühl, hat man da wahrscheinlich auch noch mehr Volumen auf den Arm. Also zum Beispiel, bei mir war es so, die ersten zwei Jahre oder so habe ich gefühlt keinen Arme, keinen Rücken trainiert, weil ich alles aus dem Arm gezogen habe. Deswegen ist Rücken bei mir auch eine ganz große Schwäche. Und hast du es geschafft, seitdem die Schwächen auszugleichen? Ich bin auch gerade dabei. Also ich würde sagen, meine Brust und mein Rücken sind so definitiv meine Stärken. Ich würde auch sagen, ich bin ein ausgeglichener Athlet. Also ich habe jetzt keinen Punkt, wo ich sage, das hängt übelst nach. Definitiv nicht. Aber es sind halt so Punkte, die man definitiv verbessern kann. Und ich bin auch gerade dabei, die zu verbessern. Und ich würde auch sagen, dass ich die schon verbessert haben konnte. Aber jetzt so, wo ich sage, das hängt richtig stark nach, habe ich gar nicht. Habe ich gar nicht. Also, ja. Und dann nach dem ersten Wettkampf wurde richtig gecheatet? Oder wie sah es bei dir aus? Ja, Eskalation pur. Also so krass gecheatet, dass ich einen richtigen Carbkoma hatte und dann wirklich auch stundenlang auf dem Boden lag und nicht mehr aufstehen konnte. Davon gibt es übrigens auch ein paar Videos. Da habe ich also wirklich reingehauen, ohne Rücksicht auf Verluste. Und dann lag ich da auf dem Boden eine Stunde lang. Meine Freundin hat mir ein Kissen gegeben und ich lag auf dem Boden. Ich kam nicht mehr klar. Also wirklich Carbkoma. Wann hast du deine Freundin kennengelernt? Sie war 18, ich war 21. Also mittlerweile jetzt im Januar sind wir sieben Jahre zusammen. Okay. Sie hat mich auch 2017 begleitet auf meinem Wettkampf. Ah, geil. Ja. Und wie war es dann so nach dem ersten Wettkampf dein Gedankengang? Also dachtest du, ich mache jetzt weiter? Oder war das für dich so, das war halt so anstrengend, sowas möchte ich nie wieder? Ja, nee. Nach dem Wettkampf habe ich gesagt, das war das letzte Mal. Das war das letzte Mal, definitiv habe ich nach. Weil die Diät war auch scheiße anstrengend. Also ich habe wirklich oldschool nur Reis, Hähnchen, Brokkoli gegessen. Ich hatte ab und zu mal ein Sheet-Day, da habe ich mich auch riesig drüber gefreut, bloß den Sheet-Day konnte ich gar nicht genießen. Weil zu dem Zeitpunkt, wo ich dann meinen Döner in der Hand hatte, habe ich nicht gesagt, boah, geil, ein Döner, sondern scheiße, das ist gleich vorbei. Und ich konnte das gar nicht genießen. Und die Diät war gar nicht geil. Also ich habe das gemacht, was auf dem Plan stand. Und auf dem Plan stand und ich habe gesagt, ich esse Reis, Hähnchen, Brokkoli. Ich habe das durchgezogen bis zum bitteren Ende. Und dadurch hat natürlich auch meine Laune extrem darunter gelitten. Und ja, die Diät war schon sehr langlebig und anstrengend. Und nach der Diät war ich froh auch, dass es vorbei war. Und dann habe ich auch gesagt, nee Mann, ich habe jetzt auch so viel verzichtet. Ich möchte dir jetzt so viel nachholen. Das mache ich nicht nochmal. Und dann ein paar Jahre später kam die Erkenntnis aber und dann auch wieder die Lust, nee, ich habe nochmal Bock zu starten. Und die Diät, die ich jetzt gemacht habe, die war definitiv auch anstrengend, ganz klar. Also kein Leistungssport ist ohne Mühe. Aber es war definitiv entspannter als 2017. Man lernt dazu. Also du hast dann jetzt nicht mehr die Oldschool-Diet gemacht, sondern schon versucht, unverarbeitete Lebensmittel zu essen. Ja, auch abwechslungsreich zu essen. Auch abwechslungsreich. Also ich habe jetzt nicht nur Reis, Hähnchen, Brokkoli gegessen. Ich habe mir auch mal Kartoffeln genannt. Ich habe mir auch Avocado gemacht. Ich habe auch mal Cornflakes gegessen. Auch mal eine selbstgemachte Pizza. Also es war viel, viel abwechslungsreicher und dadurch auch nicht so hart anstrengend. Und bloß wenn du jedes Mal Reis, wenn ich einen Brokkoli isst und das über Wochen und Monate hinweg, dann fehlt dir halt irgendwas. Dann hast du halt mal Bock auf was Süßes. Aber ich habe mir halt damals nicht gegönnt. Zu der Diät habe ich mir halt auch was gegönnt. Und wenn ich mal Bock hatte auf was Süßes, dann habe ich jetzt nicht vielleicht gerade ein bisschen Jerry gegessen, aber ich habe mir ein Wassereis gegönnt oder sowas. Und habe das natürlich dazu gerechnet. Also if it fits your macros, hast du es gemacht. Ja, genau. Kann man schon sagen. Bloß ich habe das nicht mit Mist konsumiert. Und ich habe das halt mit guten Fettquellen oder mit guten Kohlenhydratenquellen natürlich auch ab und zu mal ein Wassereis, was aber auch nicht schädlich ist. So habe ich das gemacht, genau. Aber primär natürlich immer auf gesunde und gute Lebensmittel zurückgegriffen, ja. Wenn du jetzt nur die Vor- und Nachteile aufzählen müsstest von der Oldschool-Diet und diesem halben If it fits your macros, wie würdest du das vergleichen? Naja, bei dieser Oldschool-Diet musst du dir natürlich keine Sorgen darüber machen. Da hast du halt deinen Plan und da steht jetzt, ich sage jetzt einfach mal, da steht jetzt 200 Gramm Reis drauf und dann isst du halt jeden Tag deine 200 Gramm Reis. Also du hast jetzt nicht irgendwie großartig Gedanken, die du dir da machen musst. Weil Reis bleibt Reis, Punkt, Ende, aus. Du hast deine Mengenangabe. Und wenn du jetzt natürlich dir was anderes gönnst, also wie zum Beispiel anstatt von Reis, möchtest du Kartoffeln essen oder Chiasam oder Bulgur-Reis oder sowas, da musst du es halt natürlich gegenrechnen. Die sind halt kalorientechnisch irgendwo so ein bisschen auf dem gleichen Level, außer natürlich Kartoffeln, die haben weniger Kalorien und eine andere Makronährstoffverteilung. Musst du halt entgegenrechnen, das ist ein bisschen, ja, sag ich mal, Brainfuck. Aber da kommt man auch schnell rein. Also für mich läuft auf jeden Fall so If It Fits Your Macros, also wenn man das so sagen kann, entspannter. Aber da muss jeder auch für sich seine Diätform herausfinden. Der eine macht das lieber, der eine mag das lieber. Ich habe dadurch mehr Abwechslung und kann mir auch mehr gönnen und habe halt nicht dieses Gefühl von verzichten. Ich kann halt auch, ja, wie gesagt, mir auch mein Eis gönnen, was ich bei dieser Oldschool-Diet ja, wenn du dich da strikt nach einem Plan ernährst, ja gar nicht so krass machen kannst. Also wenn wir jetzt schon mal beim Thema sind, dass jeder so seine eigenen Sachen herausfinden sollte, ist auch eine Sache, wo ich selber noch ein bisschen Probleme mit habe, wie lange man Sachen ausprobieren sollte. Also wenn wir jetzt auch vom Trainingsplan sprechen, ich hatte anfangs gefühlt, alle drei Wochen den Trainingsplan dann gewechselt, weil ich dachte, ich will was Neues ausprobieren. Sollte man sich im Vorhinein dann wirklich so sagen, okay, jetzt zwei Monate probiere ich das aus, sei es jetzt von der Diät her, eine Oldschool-Diet, oder sei es jetzt, ich mache drei Monate Push-Pull-Bein und dann drei Monate Arnold-Split. Was ist so der richtige Ansatz, um nicht zu früh dann Sachen neu auszuprobieren, sagen wir mal so in Intervallen? Wie würde man das am besten organisieren? Ja, das ist halt auch total schwer, jetzt so auf was festzulegen. Im Endeffekt würde ich als Anfänger, würde ich dir sowieso empfehlen, probiere dich aus. Du musst ja wirklich erstmal auch, ich sage mal jetzt an Übungen viel gemacht haben, um herauszufinden, was dir überhaupt liegt. Und dann am Ende würde ich dann halt abwägen, okay, was passt dann zu meiner Struktur? Also bei jemand anderes, ich sage jetzt einfach mal, ich nehme jetzt einfach mal das Rudern an der Maschine. Der eine spürt es besser, der andere spürt es weniger besser. Also da musstest du wirklich, also so mache ich es auch, ich wähle Übungen aus, die ich halt auch extremst gut spüre und behalte die auch in meinem Plan und lasse die dann auch in meinem Plan über einige Monate. Ich habe jetzt aber auch keinen Zeitraum, wo ich sage, okay, nach sechs Monaten ändere ich meinen Plan, weil wenn es läuft, dann läuft es und wenn es läuft, dann muss ich es nicht ändern. Bloß irgendwann kommt halt der Punkt, wo ich sage, okay, jetzt langsam wird es ein bisschen eintönig, irgendwie habe ich Bock, mal was anderes zu machen. Aber grundsätzlich, würde ich das jetzt nicht festlegen auf einem Zeitraum. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, alle drei Monate ändere deinen Plan. So ist es nicht. Wähle Übungen aus, die du gut spürst und bleibe dabei. Und wenn du dann irgendwann mal ein Change brauchst, weil du sagst, okay, jetzt motivationstechnisch oder sowas oder auch aus Spaßes halber möchte ich mal was anderes probieren. Ich habe dann was gesehen, was mich interessiert, was ich ausprobieren möchte. Dann mach es, aber mach es jetzt nicht an irgendeinem Zeitraum abhängig. Weil letztendlich ist wichtig, dass wir Progress machen und Progress können wir nur machen, wenn wir halt auch jedes Mal dieselben Übungen machen. Also wenn du jetzt mal Bankdrücken machst, mal Brustpresse, mal machst du Cable-Fleiß, dann hast du ja gar keine Zahl, an der du dich orientieren kannst. Wenn du jetzt zum Beispiel Bankdrücken machst, ich sage jetzt einfach mal Bankdrücken, du machst 100 Kilo, 5 Wiederholungen und in drei Wochen machst du 100 Kilo, 6 Wiederholungen. Dann hast du Progress gemacht, dann hast du dich gesteigert. Wenn du jetzt aber immer zwischen den Übungen wechselst und changest, dann hast du ja gar keine Zahl. So dann weißt du, okay, vor drei Wochen habe ich Bankdrücken gemacht und jetzt mache ich wieder Bankdrücken. Wenn ich jetzt stärker, also weißt du, wie ich das meine? Du brauchst da schon wirklich einen Plan, an den du dich richten kannst. Also du findest es nicht schlimm, wenn man sich am Anfang ausprobiert, aber man sollte schon einen gewissen Plan haben, um zu wissen, ob man überhaupt Progress macht. Am Anfang sowieso ausprobieren. Am Anfang sowieso wirklich ausprobieren. Also einfach alles machen, definitiv. Ich habe es nicht anders gemacht. Also wirklich alles machen. Von Rudern bis Kohlstandelrudern. Alles. Also natürlich auch Übungen, die Sinn machen. Also jetzt Hinterkopf-Schulterdrücken würde ich jetzt nicht machen. Das ist jetzt auch keine natürliche Bewegung. Also wirklich Übungen, die auch Sinn machen. Aber hältst du die Klassiker. Bankdrücken, Kohlstandeldrücken, Butterflies, Cableflies, Dips, alles ausprobieren und dann aus dem, was du dann gelernt hast, für dich rausfiltern, was passt denn zu mir? Was spüre ich am besten? Weil wie gesagt, der eine spürt Dips richtig geil in der Brust, der andere spürt Dips gar nicht in der Brust. Das ist natürlich auch eine Sache der Technik. Aber da spielen auch die Hebelverhältnisse eine Rolle. Also der eine hat einen längeren Oberkörper, der andere hat längere Arme oder Pipapo. Dementsprechend wirklich am Anfang ausprobieren und dann nach einigen Monaten rausfiltern, okay, welche Übung macht mir erstens Spaß? Weil nur Spaß ist auch ein Faktor, der dich dazu führt, langfristig bei der Sache zu bleiben. und natürlich hat dann auch das Muskelgefühl. Also findest du, man sollte am Anfang gleich anfangen zu tracken? Also du meintest, vom Progress sollte man gucken, ob man sich steigert. Meinst du das jetzt so, dass man, man weiß ja, wie viel Bankdrücken man macht? Ja, ja. Findest du, man sollte trotzdem zum Beispiel auf dem Handy tracken oder im Notizbuch? Oder was meinst du, wie viel tracken ist zu viel? Ja. Das Problem ist halt das bei Anfängern, dass die versuchen am Anfang immer alles richtig zu machen und wollen dann von Anfang an auf alles achten und dadurch geht dann halt irgendwann auch schnell die Motivation flöten. Also ich hab wirklich am Anfang, ich hab am Anfang mir nicht aufgeschrieben, wie viel Gewicht ich gemacht habe, gar nicht. Ich hab am Anfang halt einfach trainiert und ich hab einfach gemacht, ich hab gar nicht so krass viel hinterfragt und das ist das Problem, glaube ich, bei vielen Anfängern, die hinterfragen zu viel. Die wollen zu viel alles richtig machen und machen dann halt im Endeffekt gar nichts. Deswegen trainiere, trainiere hart, trainiere bis ins Muskelversagen, ernähr dich, ausgewogen, seh zu, dass du viel isst und deinen Proteinbedarf deckst und der Rest macht deinen Körper. Also du musst deinem Körper nur das geben, was er benötigt und der Rest macht er. Und ich würde am Anfang gar nicht zu krass viel Fokus auf Kleinigkeiten legen, sondern wirklich einfach machen. Einfach machen. Und wenn du dann nach einigen Monaten, nach einigen Jahren wirklich so auch Progress gemacht hast, du bist stärker geworden, die Form sitzt, die Technik sitzt vor allem, Technik ist ein A und O beim Training, weil letztendlich ist entscheidend, was im Muskel ankommt und nicht was wir drücken. Wenn du 100 Kilo Bankdrücken machst, aber nur 10% ankommen, dann hast du nur 10% Volumen. Dementsprechend wirklich, dann mach lieber 50 Kilo Bankdrücken, aber es kommen 100% an, statt halt mit einer richtig ekligen Technik irgendwie an den Muskel vorbeitrainieren. Dementsprechend, versuch am Anfang gar nicht großartig, irgendwie alles richtig machen zu wollen, sondern mach einfach. Mach einfach deinen Plan. Du sagst jetzt einfach mal, so habe ich es am Anfang gemacht. Ich habe zum Beispiel Brusttraining und ich wusste, okay, ich mache heute vier Übungen Brust, ah, vier Sätze, was jetzt by the way natürlich sehr, sehr viel Volumen ist. Heutzutage mache ich viel, viel weniger. Damals wusste man das aber natürlich nicht und das war halt so mein Punkt. Und dann habe ich gesagt, okay, ich mache heute vier Übungen, vier Sätze und dann habe ich geguckt, okay, was ist überhaupt frei für Übungen? Weil damals immer nach der Schule war extremst voll und da konntest du halt nicht immer Bankdrücken machen, weil du willst, weil die Bank war halt immer scheiße voll und dann habe ich halt einfach gemacht, okay, keine Ahnung, mache ich jetzt Butterfly, danach gehe ich mal gucken, was frei ist, guck mal kurz nach dem Bankdrücken ist frei, mache ich das und da einfach so ein bisschen ausprobieren. Aber letztendlich ist jeder Stimulus, den wir setzen, Muskelaufbau fördernd. Ist jetzt nicht so, dass du nur durch, du musst jetzt am Anfang Bankdrücken machen, weil wenn ich am Anfang kein Bankdrücken mache, dann wächst meine Brust nicht. Der Muskel ist ja letztendlich egal, wie du ihn stimulierst, hauptsache du stimulierst ihn. Und das ist der Punkt, wo viele Anfänger immer so ein bisschen, die verfolgen immer so einen strikten Plan, was ja im Großen und Ganzen auch nicht schlecht ist. Da kann dir zum Beispiel ein Coach helfen, dann musst du darüber nicht mehr nachdenken. Aber ich würde, wie gesagt, das Problem ist halt, dass viele alle, viele am Anfang immer alles direkt richtig machen wollen, aber das funktioniert nicht. Hast du immer noch den Ansatz, dass du jetzt zum Beispiel ins Gym gehst und sagst, ich mache jetzt zwei Sätze, drei Übungen Brust oder hast du mittlerweile schon einen strikten Trainingsplan? Ne, jetzt habe ich natürlich einen strikten Trainingsplan. Jetzt bin ich auch, ich würde mich auch nicht mehr als Anfänger bezeichnen. natürlich nicht. Ich bin mittlerweile schon fortgeschritten und ich habe da jetzt auch einen strikten Trainingsplan. Ich arbeite auch zusammen mit meinem Coach, der da auch wöchentlich meine Check-ins macht. Wir gucken, haben wir Progress gemacht, haben wir nicht Progress gemacht? Ich rede mit ihnen, ich kommuniziere mit ihnen, ich sage ihnen, ey, die Übung, die spüre ich nicht so gut, die mag ich nicht so sehr, können wir da ein bisschen was wechseln und so und dann wird da auch gechanged, ganz klar. Aber ich habe da strikte Arbeitssätze mit Wiederholungssätzen. Genau. Und an die halte ich mich auch. Wenn wir schon mal bei den Anfängertipps sind, es gibt ja einmal Leute, die sagen, man sollte anfangen, an Maschinen zu trainieren, um Muskelgefühl aufzubauen und andere Leute sagen, ja, man sollte eher auch auf Grundübungen gehen, um Kraft aufzubauen, um dann halt einen größeren Reiz zu setzen mit mehr Gewichten, auch bei anderen Übungen. Ja. Da denke ich mir aber immer, dass der Reiz ist ja subjektiv. Also wenn du schwach, extrem schwach bist, dann sind für dich schon, keine Ahnung, 30 Kilo Bankdrücken ein guter Reiz. Mhm. Und man baut dann, baut man dann mehr Muskeln auf, wenn man quasi mehr Gewicht bewegen kann, obwohl es quasi subjektiv empfunden für den Körper die gleiche Last ist. Weißt du, worauf ich hinaus möchte? Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Also letztendlich, ähm, ja, nee, was meintest du noch mal? Also ich glaube, ich habe was anderes jetzt nicht verstanden. Ja, zum Beispiel, wenn man jetzt, ähm, Grundübungen macht, zum Beispiel Kreuzheben, um stärker zu werden, mit dem Hintergedanken, dann kann ich ja mehr Last bewegen und das ist gleich ein größerer Reiz. Ja. Aber ist der Reiz nicht genauso groß, wenn du weniger Gewicht benutzt und dann auch natürlich schwächer bist, also sagen wir, angenommen, du hättest die Grundübungen jetzt nicht gemacht, dann ist es ja subjektiv empfunden für den Körper immer noch die gleiche Last, weil er immer noch, sagen wir mal, an 98 Prozent seiner Grenze geht. Weißt du, was ich meine? Also letztendlich würde ich sowieso immer einen Mix aus beiden machen. Also ich würde jetzt nicht nur auf Isolationsübungen gehen, ich würde auch Grundübungen einbauen, wie zum Beispiel, also jetzt bei Kreuzheben, wenn du Kreuzheben in deinem Plan haben möchtest, jetzt Bodybuilder macht, jetzt Kreuzheben weniger Sinn, da gibt es bessere Übungen, aber wenn wir jetzt einfach mal die Thematik Kreuzheben nehmen, dann würde ich definitiv unter anderem, wenn du da stärker werden möchtest, auch Kreuzheben machen. Bloß, ähm, letztendlich ist entscheidend, was dem Muskel ankommt. Und, ähm, ein großer Muskel ist primär eigentlich immer mit Stärke verbunden, ganz klar. Also jemand, der einen 50er Oberarm hat, wird jetzt erstmal tendenziell stärker sein, als jemand, der nur einen 30er Arm hat. Also ganz klar. Also ein großer Muskel ist immer auch ein starker Muskel. Ähm, wie mache ich diesen Muskel aber stark? Und das ist natürlich abhängig auch irgendwo vom Gewicht, aber auch von der Technik. Wie gesagt, es muss das ankommen, was wir auch drücken. Wenn du jetzt 300 Kilo drückst, ähm, aber halt nicht 300 Kilo ankommen, dann hast du 300 Kilo gedrückt, dann bist du stark, aber der Muskel ist ja gar nicht dafür ausgelegt, 300 Kilo zu drücken. Also drück mal jetzt 300 Kilo rein aus der Brust, so, das, dafür ist der Muskel gar nicht da. So eine Lasten können wir gar nicht bewältigen. Also ich rede jetzt natürlich nur, alles, alles, was ich jetzt sage, ist auf der naturalen Ebene bezogen. Also ein Stoffer ist ja in meiner Welt, ähm, gar kein Mensch mehr, weil er ja gar keinen natürlichen Hormonhaushalt mehr hat. Also der hat ja, auch wenn er die geringste Dosierung fährt, schon ein fünffaches an Testosteron als ein normaler Mensch. Äh, dementsprechend ist das jetzt, also klar, er ist biologisch ein Mensch, aber weißt du, wie ich das meine vom Hormonhaushalt her? Also du bist schon der Meinung, dass Naturalbodybuilding und, ähm, Leute, ähm, die Stoffen und Bodybuilding machen schon nochmal eine andere Sportart ist? Ja, ja, klar. Also es sind, die haben ganz andere Regenerationskapazitäten, die haben ganz anderen anaboleneffekt auf den Muskel, ganz klar. Also das sind zwei unterschiedliche Sportarten. Also wir haben zwar dieselben Werkzeuge, aber Sportarttechnisch ist das halt ein Unterschied. Also deswegen würde ich halt auch als Naturalbodybuilder nicht, also du kannst dir natürlich die Meinung von einem Stoffer anhören, ähm, aber ich würde nicht nach seinem, nach seinem, nach seinem Plan trainieren. Also wenn ich jetzt das Volumen von Markus Rühl fahren würde, dann würde ich bei Gott nichts aufbauen. Aber Aldi war ja zum Beispiel damals wahrscheinlich auch nicht mehr natural, oder? Doch, doch. In dem Zeitpunkt, wo er mich trainiert hat, war er nett. Ah, okay. Also du würdest dir auch keinen Coach zulegen, der, ähm, auch Stoffer, der hauptsächlich Stoffer als, ähm, Ja, doch, doch. Nee, so meine ich das nicht. Also du kannst natürlich auch einen Trainer haben, der, ja, Vitamin B nimmt, ganz klar, kannst du machen. Ähm, aber ich würde nicht nach seinem Plan trainieren. Also weißt du, wie ich das meine? Wenn jetzt zum Beispiel, ähm, ein Stoffer hat an seinem Trainingsplan 30 Arbeitssätze Brust, dann würde ich das als Naturalbodybuilder nicht machen. Aber das heißt jetzt nicht, dass der Stoffer keine Ahnung hat, wie er ein Naturalbodybuilder trainieren soll. Das meine ich jetzt nicht. Also du kannst dir selbstverständlich einen Coach holen, der auch, äh, parallel stofft. Bloß halt macht es halt keinen Sinn, seinen Trainingsplan auf dich zu beziehen. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, so meine ich das. Aber das heißt jetzt nicht, dass, so, das habe ich nicht gemeint. Okay. Also wir sind jetzt ja auf das Wettkampfbodybuilding nur gekommen über Siemens. Aber haben noch gar nicht aufgeklärt, wie es danach weiterging für dich. Ja. Ist mir gerade eingefallen. Vielleicht gehen wir da nochmal ein bisschen drauf ein. Ja, genau. Also nach Siemens, wie gesagt, habe ich halt mein Fachabitur gemacht, weil ich da halt nicht wusste, okay, bla, bla, war halt sehr, sehr Mathe-lastig und Studieren ist dadurch für mich weggefallen und mit Fachabitur kannst du halt natürlich auch nur in dem Fach irgendwas studieren. Also ich hätte jetzt nicht mit dem Fachabitur irgendwie Sportpädagogik studieren können, weil es halt ein anderes Fach ist. Und dann wusste ich halt ehrlich gesagt gar nicht, so was ich machen soll. Und dann dachte ich mir, okay, du hast jetzt jahrelang Fußball gespielt, Teamsport hat dir ja auch irgendwo so ein bisschen Spaß gemacht und was ist natürlich auch ein Beruf, wo du viel Abwechslung hast und was ist auch ein Beruf, wo du selbstverständlich auch einen sicheren Arbeitsplatz hast. Also das war mir auch immer wichtig. Ich wollte halt auch einen sicheren Arbeitsplatz haben. Ich wollte nicht wie bei Siemens, ich habe in meiner Leihbude gearbeitet, da hätte es rein theoretisch jeden Monat zu Ende gehen können. Und diese Unsicherheit, die hat mir halt extremst viel Sorgen auch bereitet. Und dann habe ich auch nach einem Job gesucht, wo ich perspektivisch auch safe bin. Und da hat Feuerwehr eigentlich ganz gut zu mir gepasst. Also dieses, diese Beamtenstatus, das heißt, du bist safe, du hast immer wieder abwechslungsreiche Tätigkeiten, die ich ja bei Siemens nicht hatte. Da hatte ich ja jeden Tag Schrauben fetten und Gehäuse putzen. Also immer das Eintönige. Du hast da immer Abwechslung, du hast da Action, du hast da ein Team, du hast da einen Arbeitskollegen, das heißt, du ackerst nicht alleine. Wenn du mal Hilfe benötigst, dann ist da jemand da, der dir hilft. Andersrum natürlich genauso. Und Feuerwehr war da die super Option. Hat auch viel mit Sport zu tun. Wir hatten auch sehr, sehr viel Sport bei der Feuerwehr in der Grundausbildung. Und es hat echt Spaß gemacht. Wie lange ging die Ausbildung dann nochmal? Genau, also die FGA, die Feuerwehrgrundausbildung, die ging anderthalb Jahre. Und genau, und danach war ich vollwertiger Feuerwehrmann, also Brandmeister nennt man das in der Feuerwehr. Also das ist mein Dienstgrad sozusagen, Brandmeister, genau. Und wie sah zu dem Zeitpunkt dann dein Alltag aus? So als Feuerwehrmann ist es, glaube ich, ganz interessant, weil sich das viele Leute nicht so vorstellen können. Ja, also als Feuerwehrmann hast du natürlich in der Feuerwehrgrundausbildung, also du hast neben den Praktikas, die du halt auf Wache ausübst, hast du halt ganz normal deine Schule von Montag bis Freitag bis 15.30 Uhr, glaube ich, hatten wir teilweise immer. Danach ging es für mich nach Hause gegessen und ab ins Gym, ganz klar. Während meines Praktikas, wo ich dann halt auch Tag- und Nachtschicht hatte, habe ich das halt dann immer in der Zeit gemacht, wo ich halt keinen Dienst hatte. Also im Tagesdienst teilweise sogar auf Wache auch trainiert, was teilweise auch problematisch war, weil halt immer mal wieder... Wie lief das? Wie hast du auf Wache trainiert? Genau, also wir haben da auch Gyms in den Feuerwehrwachen mehr oder weniger gut ausgestattet, aber es ist okay und da habe ich halt teilweise trainiert, habe es aber dann auch schnell wieder beiseite geworfen, weil ja, während des Trainings und dann kommt immer ein Einsatz, da musst du dein Training abbrechen, dann bist du beim Einsatz... Und es war halt immer scheiße. Und das habe ich dann auch schnell beiseite gelassen und dann habe ich das halt so gemacht, dass du halt dann... Du hast ja... Mein Trainingsplan beinhaltet fünf Tage die Woche und du hast halt zwei Tage Tagesdienst und zwei Tage Nachtdienst und dann hast du halt Wochenende sozusagen und an den Diensten, wo ich... Also du hattest nur vier Arbeitstage dann? Genau, aber eine 44-Stunden-Woche. Ich habe ja immer zwölf Stunden Dienst. Ah, okay. Genau. Und dann habe ich an den Tagesdiensten, wo ich halt Tagesdienst hatte, habe ich halt Sportpause gemacht sozusagen, weil ich dann halt auch keinen Bock hatte. Du weißt ja auch nicht, wann du Feierabend hast. Kann ja sein, dass du kurz vorm Feierabend, wenn eine Ablöse nicht da ist, nochmal raus musst und dann bist du erst um 22 Uhr zu Hause und dann nochmal ins Gym gehen, hatte ich halt einfach keinen Bock, war auch viel zu viel Stress für meinen Körper. Da habe ich halt immer an den Tagesdiensten habe ich dann sozusagen Restday gemacht und dann vor dem Nachtdienst habe ich dann immer davor halt trainiert. Beziehungsweise, wenn ich frei hatte, dann halt random irgendwann im Nachmittag halt. Ist es so wie bei der Polizei, dass es zum Beispiel Abteile gibt, wo man nur im Büro sitzt und Abteile, wo man unterwegs ist? Genau. Also jetzt aktuell sitze ich sogar im Büro. Also es gibt halt ganz klar die Feuerwehrwache, wie man sie kennt, die fahren raus für Brände. Ist es wie auch in den Filmen dann so, dass man dann da dieses Ding runterrutscht? Haben wir auch, ja. Habt ihr auch, ja. Ich bin ehrlich, ich habe es nie benutzt. Okay. Ich habe es nie benutzt. Ich habe es einmal benutzt, da habe ich mich verbrannt am Unterarm und dann habe ich gesagt, nee, scheiße, ich laufe die Treppen. Aber haben wir auch. Nicht jede Wache hat es, aber ich war jetzt zum Beispiel Feuerwehrwache Wannsee, die ist jetzt nicht so beliebt in Berlin. Warum? Naja, ich weiß nicht, ob ich das sagen kann, aber Feuerwehrwache Wannsee ist halt eher so eine Gurkentruppe. Okay. Also da gehen halt, dadurch, dass es halt ein so ein Rampen, genau, hast du halt da auch nicht so hochfrequentierte Einsätze, also du hast halt nicht so viele Einsätze, wie zum Beispiel die Feuerwehrwache Neukölln oder so, sind das halt da und wenn du halt nicht viel zu tun hast, dann verlernst du halt natürlich auch viel und Feuerwehrwache Wannsee ist halt eher so dafür bekannt, dass da eher so die Gurken rumlaufen. Aber ich habe mir die Wache nicht ausgesucht, muss ich auch dazu sagen. Aber du bist immer noch in Wannsee jetzt gerade? Nee, jetzt bin ich in der Leitstelle. Genau. Also wenn jemand die 112 anruft, dann gehe ich ans Telefon und sage, hey, hallo. Genau, da habe ich mich dafür entschieden. Und gibt es so im Nachhinein, also wenn, du warst dann ja auch unterwegs am Anfang, mittlerweile ja nicht mehr. Gab es auch so Ereignisse, die dich, die einem näher gegangen sind? Ja, definitiv. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe, immer so eine Art, also es gab Einsätze, die waren schon härter als andere Einsätze, aber es war kein Einsatz, wo ich jetzt irgendwie, was mich irgendwie jetzt krass beschäftigt hat oder so. Das gab es, ehrlich gesagt, gar nicht. Aber das liegt auch irgendwie daran, dass du in dem Moment, also wenn du da eine Leiche siehst, jetzt, ich sage jetzt einfach mal, jemand ist vom Zug gesprungen und der ist halt komplett zerfleddert, dann, dann kommt auch die Feuerwehr. Ja, ja, klar, dann kommt auch die Feuerwehr. Dann ist es halt immer so, ja, okay, ich weiß, das ist ein Mensch, aber für mich ist es irgendwie, das fühlt sich an, als wäre ich in so einem Gruselkabinett, als wären das irgendwelche Wachsfiguren. Also ich weiß zwar, dass es in dem Moment ein Mensch ist und ich realisiere das auch, aber ich sehe das irgendwie nicht so. Also zum Beispiel, wenn du Walking Dead guckst, ich sage es jetzt, ich vergleiche es mal damit, weil da sind die Leichen, die sind ja immer sehr, sehr gut dargestellt. Also das sieht halt wirklich, in Wirklichkeit sieht es halt wirklich so aus. Also wenn du da jemandem den Kopf abschlägst, das sieht halt im Real halt genauso aus. Also das ist halt wirklich so. Und dadurch ist es halt irgendwie für mich, weiß ich nicht, es ist so, Du bist abgehärtet. Ja, und ich realisiere das schon. Ich weiß, dass es auch ein echter Mensch ist, aber es ist halt, ja, für mich ist es immer so ein Gruselkabinett. War das von Anfang an so? Ja, safe. Okay, krass. Aber ist auch gut so. Also ist gut, dass ich da auch so ein Abwehrmechanismus, wenn alles mich beschäftigen würde, dann, ja, würde ich den Job nicht lange machen können. Ist das so, unter den Feuerwehrleuten so verbreitet, der Kraftsport? Würde ich jetzt so stereotypisch denken? Nee, ehrlich gesagt gar nicht. Ehrlich gesagt, also wir haben einige auf jeden Fall, auch einige, die sehr sportlich sind, aber eher so in diese Richtung, ja, Marathon oder sowas oder Fahrrad fahren oder so. Aber jetzt so wirklich dieses klassische Bodybuilding, da hast du nicht, also zumindest das, was ich jetzt kennengelernt habe, hast du jetzt nicht krass viel. Und wann kam bei dir dann Social Media dazu? Ja, also eigentlich so mit Anfang meiner ersten Wettkampfdiät habe ich auch Social Media gemacht, aber das war dann immer so, so sporadisch, so keine Ahnung, alle drei, vier Wochen oder so habe ich mal was gepostet. Damals gab es ja auch keine Stories, da hast du ja nur Beiträge gepostet, da gab es ja keine Videos. Also du warst nur auf Instagram, jetzt nicht Facebook, YouTube oder irgendwie sowas. Genau, nee, nur auf Instagram. Aber wirklich intensiv Instagram mache ich jetzt seit drei Jahren, wo ich halt wirklich wöchentlich irgendwas poste, Stories poste, etc. Wie kam es dazu? Also hattest du einfach Lust bekommen oder gab es irgendeinen anderen Einfluss, dass du irgendwie dachtest, ich muss jetzt mittlerweile auch mal Geld verdienen damit? Nee, also ehrlich gesagt, also klar, der Hintergedanke war auch irgendwo Nebenverdienst, definitiv. Ich würde lügen, wenn es nicht so wäre. Aber es war halt wirklich so, dass ich mit Instagram begonnen habe, weil ich halt dann immer wieder andere Leute gesehen habe, die erfolgreich waren, aber nicht so weit sind, sportlich gesehen, wie ich. Und dann war ich auch immer ein bisschen traurig, wo ich dann gesagt habe, also ich will jetzt keinen Namen nennen, aber ich habe jetzt Person A gesehen und Person A wurde gesponsert. Und ich dachte dann immer so, dann habe ich mir seinen Content angeguckt und habe gesagt, Alter, das kann ich auch. Und ich bin auch besser. Warum mache ich es nicht? Warum wäre ich nicht gesponsert? Und im Umkehrschluss habe ich dann aber auch realisiert, okay, warum wird er denn gesponsert? Ja, weil er aktiv ist, weil man ihn sieht, weil man weiß, er ist da und weil er das, was er macht, gut macht. Und dann dachte ich mir, ganz ehrlich, das kann ich auch und das will ich auch. Und dann habe ich einfach damit angefangen, weil du wirst nicht gesehen, wenn man nicht weiß, dass es dich gibt. Und du wirst, ist ja jetzt nicht so, dass du auf der Straße rumläufst und dann kommt jemand zu dir und sagt, ey, du siehst geil aus, wir sponsern dich jetzt so. Du musst halt aktiv sein, du musst halt auch präsent sein, du musst dich auch zeigen und die Leute müssen halt auch wissen, dass es dich gibt, weil sonst wirst du nicht gesehen. Und das ist der beste Weg über Social Media. Und ich habe mir auch deinen Account angeguckt, du hast ja anfangs angefangen erstmal nur mit Bildern. Ja, genau. Und dann auch mit Reels. Ja. Und dich gibt es auch auf TikTok, aber da bist du nicht so aktiv, ne? Ja, bei TikTok ist so, ist nicht meine Plattform. Ja, natürlich. So das, was ich auf Instagram poste, das poste ich halt auch auf TikTok, aber ich muss ehrlich sagen, bei TikTok interagiere ich mit gar keinem. Also wenn jemand irgendwas unter meinen Videos kommentiert, dann teilweise kriege ich das gar nicht mit. Und so TikTok ist so, ja, es ist da, aber wenn es jetzt nicht da wäre, dann wäre es halt auch nicht schlimm. Ja, verstehe ich. Ich habe auch mir TikTok erst runtergeladen, weil ich meine Reels auch, weil ich dachte, das ist ja kein weiterer Aufwand. Genau, genau. Und genauso mache ich es auch mit Shorts. Kann man auch einfach hochladen, das ist kein weiterer Aufwand. Ja. Du hast dann auch relativ schnell, wenn ich mich richtig erinnere, einen Sponsor gefunden. Ja, ja. Was war nochmal denn der Sponsor? Also mein erster Sponsor war Neosabs. Ja. Der war aber nur für zwei Monate. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich da krass drüber reden darf. So will ich auch gar nicht. Ich will die auch gar nicht irgendwie runter machen oder so. Das hat halt einfach nicht connected. Was auch schade war, aber gut, okay, wenn die da kein Interesse haben, dann ist es halt so, also da sollte man sich auch nicht weiter runterziehen. Genau, und dann war ich eine Zeit lang nirgendwo. Dann war ich einen Monat bei NP Nutrition. Dann kam ja dieser Hardcore-Skandal, wo ich dann auch ganz, ganz schnell die Reißleine gezogen habe und gesagt habe, okay, alles klar, das wird langfristig nichts. Weißt du, wie es bei denen mittlerweile läuft? Gibt es die noch? Das heißt jetzt irgendwie Sport, Nahrung, Velo oder so. Die haben die Namen geändert. Krass schlau. War auch die einzige Möglichkeit. Also unter NP Nutrition, also jeder, der so ein bisschen in der Fitnessszene involviert ist, der wird da jetzt nicht mehr großartig einkaufen gehen. Ja, ja. War auch der einzige Weg für die. Und dann bist du zu ESN? Genau. Und möchtest du dazu noch was sagen? Nö, nö. Genau. Also nach NP Nutrition war dann halt Feierabend. Genau. War auch nur ein Monat. Genau. Und dann war auch schnell Feierabend. Und einige Monate später kam dann ESN. Und ich habe gesehen, du bist noch Content Creator beim Goals Gym. Genau, richtig. Wie kann man sich das genau vorstellen? Also was machst du da? Genau. Also letztendlich habe ich, ich glaube, das darf ich sagen. Also zumindest habe ich da kein Veto bekommen. Genau. Also letztendlich bin ich da sechs Monate. Und in diesen sechs Monaten muss ich drei Videos produzieren für das Goals Gym, was sie dann halt in den Gyms posten. Aber nur, wenn du Glück hast. Also das heißt jetzt nicht, dass du drei Videos produzierst und die drei Videos werden abgespielt, sondern das Goals Gym entscheidet, ob sie die abspielen oder halt nicht abspielen. Und wenn du Glück hast, dann ist es natürlich geil, weil dann läufst du in den Gyms und hast halt nebenbei noch so ein bisschen Werbung am Laufen, weil du ja deine Instagram-Accounts siehst. Also diese Bildschirme, die es in den Gyms gibt. Genau, genau. Also letztendlich produziere ich halt innerhalb von sechs Monaten drei Videos für die und die entscheiden dann, ob sie es posten oder halt nicht posten. Also in den Gyms. Also das sind dann ja immer, also ich kenne es aus dem McFit nur, dann eher so Model-Werbevideos, oder? Das ist ja jetzt kein richtiges Reel oder so. Das ist ja kein Content, in dem man spricht oder so, oder? Genau, genau. Es sind halt wirklich so eine, also Model weiß ich jetzt nicht, also unter anderem auch, aber halt auch einfach ganz normale Motivation-Trainings-Videos. Ja, okay. Und was würde für dich dabei rumkommen? Äh, ich, gar nichts. Also eigentlich nur, dass ich kostenlos... Ja, nur, dass ich kostenlos da trainieren darf. Also ich muss keinem Möglichst-Beitrag zahlen. Also du trainierst hauptsächlich im Gold's Gym momentan? Äh, ja, nee. Unter anderem, also meine Haupteinheiten habe ich im Powerhouse und im Gold's Gym trainiere ich eigentlich nur, weil ich da halt meine Beine ganz gut trainieren kann, weil die da supergute Maschinen haben. Ähm, aber oberkörpertechnisch gehe ich eigentlich immer ins Powerhouse. Das heißt, du hattest ja schon einige Sponsoren hinter dir. Ähm, wie wird man für Leute, für kleinere, ähm, Influencer, die vielleicht zuhören, wie wird man interessant für, äh, Sponsoren? Also letztendlich kommt es sekundär nur auf die Reichweite an. Äh, du musst halt aktiv sein, ähm, und du musst dir halt eine kleine Community aufbauen. Also so eine Art Fanbase. Also du kannst jetzt natürlich, weil letztendlich sind wir mal ehrlich, diese Leute, die auf dich zukommen und sagen, ey, wir würden gerne mit dir zusammenarbeiten, sind an einem wirtschaftlichen Interesse verbunden. Also die, die kommen ja nicht zu dir, weil sie, weil sie, weil du so ein toller Mensch bist, sondern weil sie in dir einen wirtschaftlichen Zweck sehen. Und du wirst auch nur so lange gesponsert, wie du auch Umsatz für dieses Unternehmen hast. Also, äh, kommt ja niemand zu dir und sagt jetzt aus nächstem Liebe, du bist ein toller Typ, ähm, wir sponsern dich, weil du so nett bist. Sondern da spielt in erster Linie die Wirtschaft eine Rolle, also das Geld, der Umsatz. Und, ähm, den Umsatz generierst du halt, indem du dir eine Community aufbaust. Und letztendlich ist es nicht entscheidend, ob du 100.000 Follower hast, weil letztendlich ist es entscheidend, wenn du jetzt 100 Follower hast und 15 Leute kaufen monatlich davon, dann ist es ja auch schon mega. Bloß wenn du jetzt 100.000 Follower hast und nur einer kauft, dann ist das natürlich scheiße. Dementsprechend kommt die Reichweite nur sekundär. Du brauchst dir halt einfach nur, du musst aktiv sein, du musst guten Content produzieren und dir eine Community aufbauen. Und das halt über Monate und Jahre hinweg. Und natürlich dann halt auch die Produkte konsumieren und dann die Marke auch markieren. weil anders werden die erstmal nicht aufmerksam auf dich und zweitens musst du natürlich auch das verkörpern, was du verkaufen möchtest. Also, wenn du jetzt sagst, ähm, also, wenn du jetzt sagst, das Whey-Protein von ESN ist geil, dann musst du es halt vorher auch probiert haben, weil sonst kannst du ja nicht da sagen, das ist geil. Deswegen musst du halt auch im Vorfeld auch die Produkte auch irgendwie konsumieren, ja. Das ist mir auch bei dir aufgefallen, unter deinem Post, dass so die ersten fünf Kommentare oder so eigentlich immer dieselben Leute sind. Also, mir ist aufgefallen, dass du eine ziemlich starke Community hast, eine ziemlich eng gebundene. Ja. Was meinst du, wie schafft man es jetzt nicht nur, Leute zu haben, die ein Bild liken und schreiben, dass man super aussieht, sondern sich wirklich eine enge Community aufzubauen, die einen, die sich auch mit einem auseinandersetzen, weil zum Beispiel, ähm, habe ich gesehen, du postest irgendein Bild. Ja. Ähm, und schreibst dann darunter, was gerade bei dir im Leben passiert. Mhm. Und die Leute reagieren wirklich darauf, was bei dir gerade passiert und interessieren sich für dich auch als Person. Ja. Wie kann man das erreichen? Ähm, also natürlich hängt Support immer von Geben und Nehmen ab. Also, du kannst nicht ein Bild posten und, äh, erhoffen, dass du nur bekommst. Also, so wie ich Support gebe, äh, so wie ich Support nehme, gebe ich auch Support. Also, das ist jetzt nicht so, dass ich gar nichts irgendwie, du musst halt auch mit den anderen Accounts, äh, interagieren, du musst auch deren Bilder liken, du musst auch deren, ähm, Bilder kommentieren. Ähm, sicherlich bekommst du halt dadurch, dass du halt auch Videocontent machst mit Mehrwert, zum Beispiel jetzt meine Wissensreihe Immer mehr Wissen, ähm, bekommst du auch Fragen, DMs, wo sie nochmal genauer darauf eingehen wollen oder nochmal genauere Fragen haben, die auf jeden Fall beantworten, immer zuvorkommend sein, immer hilfsbereit sein und wie gesagt, nicht nur immer nehmen, sondern auch geben, auch Support geben. Also, wie gesagt, Bilder kommentieren, Bilder liken, ähm, mit anderen interagieren, auch, ähm, Accounts liken und kommentieren, den du jetzt vielleicht, die dich vielleicht nicht auf dem Schirm haben, so ziehst du halt Leute an. Also, um, gerade bei Leuten, die halt eine geringe Reichweite haben, Instagram schenkt dir nichts und damit, wenn, wenn sie nicht wissen, dass es dich gibt, dann musst du die sozusagen abholen. Also, ich mach das halt auch immer so, dass ich einige Zeit immer auf Instagram verbringe und wirklich andere Accounts einfach nur Bilder like und kommentiere und mit denen interagiere, damit die halt auch wissen, okay, alles klar, ey, da ist jemand, ähm, ich geh mal auf sein Profil und mit ein bisschen Glück lassen sie einen Follower da oder interagieren auch mit deinem Content, indem sie halt deine Bilder liken oder kommentieren oder so. Da ist auch so ein bisschen, immer so ein bisschen, ähm, ähm, ja, also wenn jetzt jemand, so mach ich es zum Beispiel, ich geh bei vielen Accounts immer rein und like dann die ersten fünf Bilder. Und, ähm, derjenige sieht dann, okay, ey, guck mal, da ist jemand, der hat fünf Bilder von mir geliked. Wer war denn das? Und dann klickt er schon auf mein Profil. Boom. Dann hab ich schon mal einen Profilaufruf mehr, was der Algorithmus für Instagram auch, was den Algorithmus auch pusht. Ähm, und dann hab ich vielleicht noch einen Kommentar dagelassen, hab gesagt zu seinem Bild oder so, oder zu seinem Video, ey, mega informativ, mega schönes Bild oder so, mach weiter so. Und dann fühlt er sich auch natürlich angesprochen und die meisten denken sich dann auch in dem Fall, okay, alles klar, hab mir jetzt Support gegeben, dann geb ich ihm auch Support. Dann kommentiert er unter meinem Bild oder so. Und dann lässt man gegenseitig einen Follower da oder so. Du musst die Leute schon irgendwo abholen. Ähm, irgendwann automatisiert sich das selber. Wenn du jetzt mehrere zehntausend Abonnenten hast oder sowas, dann ist es sozusagen ein Automatismus. Dann kommentieren die automatisch deine Bilder und so und dein Algorithmus wird automatisch gepusht und du kommst automatisch schon auf die Explorer-Seite und so. Aber am Anfang ist es halt nicht. Da musst du die Leute mehr oder weniger eigentlich abholen und sagen, hey, guck mal, hier bin ich, geh mal auf mein Profil so mehr oder weniger. Meinst du jetzt größere Accounts oder einfach so private Accounts? Ähm, so wie als auch. So wie als auch. Ähm, also ich mach das wirklich so, dass ich halt, ja, viele große Accounts auch, ähm, kommentiere und like, aber halt auch viele private und kleine Accounts like und kommentiere und auch meinen Follower da lasse, wenn mir die Seite gefällt oder deren Content. Aber ich muss halt auch ehrlich sagen, ich lass keinen Follower da bei Leuten, die nur einmal im Monat was posten. Ähm, weil, ja, weiß ich nicht, die sind jetzt auch nicht so auf Follower aus. Also, wenn ich da sehe, okay, da ist jemand aktiv, der macht auch seine Storys und der postet auch wöchentlich etwas und so und die, das was er postet, interessiert mich auch ähm, oder geht zumindest in dieselbe Richtung, ähm, dann lass ich da auch gerne ein Abo da. Aber wenn da jetzt jemand nur, keine Ahnung, einmal im Monat ein Bild postet von seinem Fahrrad oder so, ja, dann... Das sind wirklich die, das sind meistens Hater, die kein Profibild haben und dann einmal im Monat kommt ein Fahrrad oder die Pizza, die hochgeladen wird. Genau, das ist dann, das sind aber auch Leute, die jetzt nicht auf Follower oder so aus sind. Wie findest du da die Balance zwischen, das ist bei mir ganz schwer, also ich versuche meinen Social Media Konsum zu minimieren und gleichzeitig möchte man ja auf Social Media auch wachsen. Ja, ja. Wie schaffst du da die Balance? Ähm, naja, es... Die Leute, die zum Beispiel bei mir kommentieren und, ähm, ähm, ja, mir auch Support geben, den follow ich auch zurück und das ist ja dann immer, also wir reden jetzt hier von 20, 30 Leuten, die wirklich einen Kommentar da lassen und die abonniere ich auch zurück und folge ich auch, äh, abonniere folge ich auch so selber, äh, den schenke ich auch Support und sowas, aber andere Leute, die jetzt zum Beispiel bei mir kommentieren, ähm, aber gar nicht wirklich aktiv bei Instagram sind, die sind ja auch nicht auf mein Abo irgendwie angewiesen oder so oder wollen das auch, sondern die interessieren sich halt für mich, bloß, wenn ich da ein Abo da lasse, also wenn ich jemanden abonniere, dann möchte ich ja irgendwo auch ihn kennenlernen und wenn der aber nichts postet, dann kann ich auch nicht kennenlernen und dann, dann ist er aber auch gar nicht gewollt, dass man ihn kennenlernt, weil sonst würde er ja was posten. Also du findest, es ist auch wichtig, Zeit auf Instagram zu verbringen, um mit anderen Leuten zu interagieren und jetzt nicht einfach quasi die Zeit, die man damit spart, äh, da rein investieren, zum Beispiel Videos aufzunehmen oder zu schneiden und hochzuladen. Musst du, du musst, wenn du wirklich Reichweite haben möchtest oder eine Community aufbauen möchtest, musst du mit anderen interagieren. Du kannst nicht nur Videos produzieren, du musst deinen Account pflegen und zur Pflege gehört halt auch kommentieren, liken, ähm, Nachrichten beantworten, ähm, und natürlich auch die Content-Produktion. Also das ganze Social Media ist schon sehr, sehr zeitaufwendig, ganz klar. Aber du kannst nicht nur Content produzieren, das geht nicht. Also wenn du dir eine Community aufbauen möchtest, dann musst du halt auch Fragen und Nachrichten beantworten, kommentieren, ähm, auch mit anderen Leuten interagieren, damit die wissen, es gibt dich, aber nur Content produzieren und einfach stumpf hochladen, ähm, damit wirst du auch keine enge Community aufbauen können. Hast du mittlerweile so ein kleines Team, was Video und Schnitt angeht, oder machst du alles selber? Äh, nee, also ich hatte jemanden, ähm, der hat aber privat einiges jetzt zu tun und, ähm, hat mir mehr oder weniger jetzt die Zusammenarbeit gekündigt oder auf Eis gelegt für einige Monate, weil er halt, wie gesagt, privat einiges zu tun hat. Jetzt bin ich gerade Stand jetzt alleine so unterwegs, ähm, aber gut, ich hab da auch schon meine Lösungs, ähm, also meine Lösungen, die ich da mache, also hab da jetzt auch schon mit jemand anderem geschrieben, der da auch gut in der Videoproduktion ist, den ich natürlich auch, ähm, ja, bezahlen muss, ganz klar, ähm, aber ja, also ich mach viel Content auch alleine, aber ich schaff halt auch zeitlich nicht alles alleine. Also mit Feuerwehr, mit dem bei Sport, dann nebenbei hab ich natürlich auch eine Freundin, die auch Aufmerksamkeit möchte, da ist es halt, und ein Video schneidet sich nicht einfach mal in 10 Sekunden, da musst du auch Zeit investieren. Alleine schon die Musikauswahl zu dem richtigen Video finden ist manchmal echt, äh, ja, Stunden, die da drauf gehen, ähm, ja, und die Zeit hab ich nicht. Aber ich möchte trotzdem aktiv sein, ich möchte trotzdem guten Content produzieren, und dann ist es gar nicht verkehrt, sich da auch jemanden zu holen, der da auch mehr Erfahrung hat. Das mach ich ja beim Fitnessbereich auch so. Also wenn du da weiterkommen möchtest, dann macht das halt auch Sinn, mit anderen zu interagieren, und vielleicht dir auch einen Coach zu suchen. Und, ähm, wenn ich, ähm, wenn ich, wie gesagt, in der Technik-Szene jetzt Video-Steine und so, so, ja, die Basics geht, das hab ich drauf, aber wenn es darüber hinaus geht, das hab ich halt nicht drauf, und ich hab halt auch nicht die Zeit dazu, mir das anzueignen, ja, dann hol ich mir halt jemanden, der es kann. Wie machst du das mit dem Zeitmanagement? Also, ich hab momentan, ich bin momentan durch mit dem Abitur, ja, und, ähm, hab jetzt so total viel Zeit, und trotzdem lade ich relativ wenig hoch, weil gefühlt immer, okay, ich muss halt auch beim Podcast, du hast gesehen, ich hab mich hier ein bisschen vorbereitet, guck mir immer die Accounts an, ähm, dann muss ich auch die Podcasts an sich auch schneiden, aber trotzdem hab ich gefühlt so wenig Zeit, obwohl ich gerade nichts, wirklich gar nichts zu tun hab, und wenn ich dann höre, dass du, ähm, Feuerwehr und, okay, ähm, Fitness, Bodybuilding mach ich ja auch, aber hast du irgendwelche Zeitmanagement-Taktiken und was, oder bist du einfach ein effektiver Mensch? Also, ich hab mir auf jeden Fall so, für mich hab ich mir vorgenommen, auf jeden Fall dreimal die Woche immer was zu posten, also dreimal die Woche möchte ich was posten, äh, und Zeitmanagement hängt halt immer davon ab, wie ich halt arbeiten muss, dadurch halt im Schichtdienst arbeite, ist es halt nicht, also ich kann jetzt nicht sagen, ich mach jeden Montag einen Videoschnitt oder so, es geht halt nicht, ähm, mach ich das halt immer so zwischendurch, wenn man halt Zeit ist, am besten ist es aber auch mit Leuten zu interagieren, die halt auch dasselbe Ziel haben wie du, wo du dann halt auch gemeinsam Videos schneidest, ähm, oder, ja, wie du, wie, wie ich einfach dir sagst, okay, alles klar, ich möchte drei Videos pro Woche posten, ähm, und dann halt auch einfach, wenn du dir jetzt sagst, Dienstag opfere ich jetzt den ganzen Tag für drei Videos, die ich halt fertig schneide, ähm, ja, also das musst du dir halt einfach legen, wie es dir halt auch so passt für den Alltag, ganz klar ist bei mir aber auch das Ziel, ich möchte halt auch nicht meine, meine komplette Freizeit dafür opfern, also ich hab halt auch, ähm, Stunden und Minuten, wo ich mich halt auch einfach ganz glanzösisch mit meinen Freunden treffen möchte, so, und das will ich auch nicht, missen, ähm, aber ja, ich mach das halt wirklich so, dass ich das halt auch schaffe, also dreimal die Woche irgendwas poste, ja, und dann immer, wenn Zeit ist, mach ich das. Wie schafft man es, Leute zu finden, die dieselben Interessen haben? Ganz klar, wieder auch bei Instagram, mit Leuten interagieren, kommunizieren, ähm, beim Fitness wirst du wahrscheinlich auch viele treffen, die dasselbe Interesse haben wie du, allerdings ist halt nicht jeder bei Social Media aktiv, beim Gesprächsbereit im Gym sind ja auch die wenigsten nicht. Genau, das, das, das kommt auch noch dazu, genau, aber, ähm, halt mit Leuten auch interagieren, die halt auch aktiv sind auf Instagram, und halt auch ähnlich denselben Content machen wie du, und mit denen interagieren und kommunizieren, bloß bei, dabei ist es auch irgendwo schwer, muss ich auch ehrlich zugeben, also, wenn ich da mit Leuten schreibe, die mehr Abonnenten haben als ich, die wollen halt meistens nicht mit mir zusammenarbeiten, weil sie halt immer diesen Beigeschmack haben, so, er will sich an mir nur hochziehen, ähm, ich würde auch lügen, wenn dem nicht so ist. Deswegen weißt du es ja zu schätzen, dass du heute hier bist. Ja, ach, für mich ist es auch toll, also, ich habe noch nie bei einem Podcast mitgemacht, und ich bin halt auch ein Mensch, der gerne aus seiner Komfortzone rauskommt, und auch einfach Sachen erlebt, und ich möchte auch, wenn ich über Sachen rede, will ich sie halt auch vorher gemacht haben, und wenn ich jetzt ein Thema, äh, wenn ich jetzt über Podcast rede, dann will ich halt auch wenigstens sagen, okay, ich war auch schon mal bei einem Podcast, und das ist halt auch cool, aber es ist halt auch bei vielen so, wenn ich jetzt zum Beispiel mit anderen Leuten schreibe, die jetzt 30.000 Abonnenten haben oder so, die wollen halt zu 99% nicht mit mir arbeiten, nicht, weil ich jetzt scheiß Content mache, sondern weil die halt daraus wenig Nutzen ziehen. Also, ich habe halt einen höheren Nutzen, wenn ich mit einem arbeite, der 20.000 mehr hat als er von mir. Weißt du, wie ich das meine? Und es ist dann halt immer auch schwer, mit Leuten zu interagieren, ähm, die da besser sind als du. Vor allem finde ich es schwer, auch kleinere Accounts zu finden, weil die sind ja aus dem, also die sind ja klein. Ja. Das hat ja auch einen Grund, und dann, wenn ich zum Beispiel mir Podcast-Gäste raussuche, dann gucke ich, Hashtag Fitness. Mhm. Oder Hashtag, da gucke ich, wer zum Beispiel, keine Ahnung, im FitOne-Beitrag hochgeladen hat. Da werden einem natürlich immer nur die Größten angezeigt. Ja. Und dann ist es, finde ich, auch immer ganz schwer, kleinere Accounts zu finden. Aber ich finde zum Beispiel hier, wie so ein Podcast oder so, also man kann ja auch mit anderen kleinen, viele sagen ja, es gibt zu viele Fitness-Influencer. Und das ist dann halt immer ein Nachteil für die. Aber ich finde, man kann es ja auch als Vorteil nutzen und sich mit denen dann zusammen hocharbeiten. Ja. So ist zum Beispiel auch das Ziel in meinem Podcast, mit anderen Leuten einfach zu interagieren. Und mich interessieren auch immer sehr die anderen Lebensgeschichten. Ja. Und ich finde, daraus kann man auch immer sehr viel lernen, vor allem, wenn die mehr Erfahrung haben. Ja. Um jetzt aber nochmal den Schwenker zum Wettkampf-Bodybuilding zu machen. Mhm. Du hast nach deinem ersten Wettkampf ja noch weitere Wettkämpfe bestritten. Ja, ja, genau. Welche Wettkämpfe hast du bis jetzt gemacht? Ja, also 2017 halt, wie gesagt, bei der IGN-BF. Letztes Jahr bin ich dann gestartet, 2022 bei der ANBF. Das ist in Österreich. Da wurde ich Zweiter. Ja. Ja, ja. Nee, also ich wurde nicht zufrieden. Naja, ich bin nicht zufrieden, weil ich hätte gewonnen. Also ich hätte den ersten machen können, aber ich habe halt, das lag halt in mir. Ich war halt einfach dumm. So meine Präsentation war halt einfach scheiße. Also ich habe die ganze Zeit so monoton, ohne irgendwie zu lächeln. Also ich sah aus, als hätte ich keinen Bock. Also ich hatte Bock, aber ich habe das halt nicht gezeigt. Wahrscheinlich, weil du so fokussiert warst. Genau. Dann kommt man ja manchmal ein bisschen. Genau, ich war zu fokussiert. Also ich wollte so krass gewinnen, dass ich den Spaß an der Sache vergessen habe und das hat mir den Sieg gekostet. Aber der Erstpartierte war nicht besser als ich. Der war halt einfach nur, der hat sich einfach besser präsentiert. Also er hat zu Recht gewonnen. Ich will seinen Sieg nicht abstreiten. Er hat zu Recht gewonnen. Aber ich hätte gewonnen, hätte ich mich besser präsentiert. Also es lag nicht an der Qualität der Muskulatur, die er besser war oder so, sondern einfach an seiner Präsentation. Und es ist halt einfach ärgerlich, wenn man dann am Ende aufgrund seiner mangelnden Präsentation daran scheitert. Und das ist halt so ein Punkt, der mich so ein bisschen ärgert. Aber gut, okay, der Erstpartierte war auch stark, ganz klar. Aber ich hätte trotzdem gewonnen. Okay. Genau. Und bei der Ivo Classic, bei der Ivo wurde ich dann halt Dritter. Die waren Siegen. Da wurde ich Dritter. Auch zu Recht, muss ich ehrlich sagen. Also die ersten beiden waren wesentlich stärker als ich, ganz klar. Und dann meinen letzten Wettkampf, letztes Jahr 2022, habe ich bei der GNBF bei der Deutschen Meisterschaft gemacht. Und da habe ich gewonnen. Da wurde ich Erster. Und da habe ich dann auch den Pro-Titel gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Ja, Mann, dankeschön. Ich habe mich gefreut, Alter, wirklich. Du hast bis jetzt vier Wettkämpfe gemacht. Genau, richtig. Und was sind so, natürlich im, beim Stoffen gibt es ja den Mr. Olympia als den größten Wettkampf. Was ist denn der größte Naturalwettkampf? Gibt es da einen Wettkampf, der so am meisten Prestige hat? Also in meinen Augen ganz klar auch den Mr. Olympia. Es gibt ja auch die naturale Mr. Olympia. Und es ist auch im Bodybuilding-Bereich für mich so das Nonplusultra. Also, was ist denn geiler als Mr. Olympia? Also es gibt halt auch den naturalen Mr. Olympia. Ob die da alle natural sind, ist eine andere Frage. Aber den gibt es ja. Die haben andere Testmethoden. Ganz, ganz schlechte. Wurdest du schon mal getestet? Ja, ja, genau. Also nach meinen... Nach dem Wettkampf? Genau, nach der Ivo wurde ich getestet und bei der GNBF nach dem Sieg wurde ich auch getestet. Wie läuft so ein Test ab? Boah, das dauert Stunden. Wirklich? Also wirklich, das gibt es leider Gottes nur einen einzigen, der da halt auch die Drogenkontrollen macht. Und, ähm, ja... Ist es bei allen Verbänden derselbe? Ja. Ja. Also in Deutschland ja. Also in Deutschland ja. Bei der ANBF weiß ich gar nicht, ob es derselbe ist. Da wurde ich gar nicht getestet. Deswegen kann ich es dir gar nicht sagen. Aber in Deutschland ja. Und, ähm, genau. Da wurde ich halt getestet. Aber da wurden halt alle getestet. Also alle werden zum gleichen Zeitpunkt getestet. Und derjenige, der braucht für einen Athleten ungefähr eine halbe Stunde. Und wenn da hinten Backstage 15 Leute sind, die getestet werden müssen und du halt leider Gottes der Letzte bist, der getestet wird, dann musst du halt die ganzen Athleten vor dir halt einfach warten. Und du darfst halt auch nicht irgendwie raus zu deiner Familie gehen oder so. Du musst halt in diesem Raum warten, bis du dran bist. Weil du möchtest ja eigentlich nur essen danach. Ja, definitiv. Vor allem ist ja auch so, dass nach dem Wettkampf halt deine Freunde und Familie da stehen und warten. Ja, und die warten halt dann auch die zwei, drei Stunden dort. Und du denkst dir halt so einfach nur, Mann, Alter, ich will was essen gehen. Darf man währenddessen schon was essen? Oder darf man vorher auch nichts essen? Ja, das Problem ist, du bekommst ja nicht zu essen. Also du gewinnst und dann wirst du von der Bühne direkt rausgezogen. Du kommst jetzt mit, zack. Du kriegst zwar unten was zu trinken, aber du kriegst da jetzt keinen Burger oder so. Ja, aber ist ja eigentlich richtig, dass die testen. Ja, definitiv. Ist auch richtig. Und du hast auch in Deutschland auch gute Tests. Du hast auch in Deutschland Out-of-Season-Controls. Das heißt, die können einfach... Hast du auch schon mal ein? Nee, Out-of-Season-Controls hatte ich tatsächlich noch nicht. Aber das heißt nicht, dass noch keiner kommt. Also es wird sicherlich irgendwann einer kommen. Aber der ist halt unangemeldet. Der kommt halt irgendwann. Kann sein, dass der heute kommt. Kann sein, dass er morgen kommt oder nächste Woche. Und der klopft dann in der Tür und sagt, okay, wir testen jetzt. Und wenn du den Test ablehnst, dann kriegst du halt zehn Jahre eine Sperre und den Titel wird dir aberkannt. Und das ist halt gar nicht geil. Und in anderen Ländern gibt es sowas nicht. In Amerika ist zum Beispiel auch, wenn du ein naturaler Bodybuilder bist, da hast du im März hast du den Wettkampf und im März wirst du getestet. Ja, und eigentlich ist es ja nur ein Idiotentest. Also dann setzt du halt einfach ab und dann bist du netti. Aber in Deutschland ist es ganz gut geregelt mit den Out-of-Season-Controls. Könnte sogar mehr sein, wenn es nach mir geht. Aber es ist natürlich auch eine Frage des Geldes. Was ist dein Ziel im Wettkampf Bodybuilding? Mein Ziel ist es definitiv auch 2025, 2026, ungefähr so in dem Zeitraum, möchte ich auf der naturalen Mr. Olympia-Bühne stehen. Das ist mein Ziel. Und da möchte ich unter die Top 5 kommen. Das ist so mein ganz großes Ziel. Also ob ich gewinne, das glaube ich eher weniger. Also wenn ich da Athleten wie Paul Krüger oder sowas, der ist unnormal. Der ist unnormal stark. Ist es der, der so immer die Wettkämpfe gewinnt? Also Paul Krüger gewinnt alles. Ja. Alles. Ich glaube, ich weiß, wen du meinst. Der ist unnormal stark. Ja. Da weiß ich gar nicht, ob ich jemals an sein Niveau rankomme. Also der ist wirklich, also wenn der natural ist, dann ist es ein Ultra Motherfucker Naturtalent so. Aber ja, Top 5 definitiv. Mr. Olympia ist schon mein ganz großes Ziel. Also du möchtest für immer Natural Bodybuilding machen? Also ich meine jetzt, du möchtest nicht anfangen zu stoffen, so meine ich das. Ja, also das war schon richtig. Also ich möchte für immer möchte ich Natural Bodybuilding machen. Und wenn ich mich dazu entschließe, irgendwann zu stoffen, dann nicht mit dem Hintergrund auf die Bühne zu gehen, sondern eher Biohacking betreiben. Also TRT. Genau, also so Alterskrankheiten aus dem Weg gehen oder so länger jung bleiben, dann mache ich es eher aus dem Aspekt. Aber nicht, weil ich jetzt vorhabe, als Stoffer die Bühne zu besuchen. Also du möchtest für immer im Natural Bodybuilding bleiben? Und wenn, dann möchtest du TRT machen, aber dann möchtest du keinen Wettkampf Bodybuilding machen? Also ob ich dann keinen Wettkampf Bodybuilding mache, weiß ich nicht. Aber ich bin ja jetzt auch mittlerweile 28 Jahre und meine Freundin wird auch nicht jünger und die ist natürlich viel, viel mehr gewillt, als ich irgendwann mal Kinder zu zeugen. Und ich finde, wenn du ein guter Vater werden möchtest, dann musst du halt auch deinem Kind die Zeit schenken und das gepaart mit einer Wettkampf, mit einer Wettkampfdiät ist schwer. Und wenn du zusätzlich auch noch irgendwie berufstätig bist, dann noch eine Wettkampfdiät machst und dann noch ein Kind hast, das würde ich meinem Kind erstmal nicht zumuten und auch mir nicht zumuten. Dementsprechend weiß ich nicht, wie oft ich noch auf der naturalen Bühne sein werde. Einmal mindestens noch, weil wie gesagt, ich habe diesen Mr. Olympia Traum. Aber genau, also ob ich jetzt, weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Also ich weiß nicht, wie meine Meinung sich in zwei, drei Jahren entwickeln wird. Aber ich möchte auf jeden Fall Wettkampfathlet natural machen, safe. Und wenn ich dann irgendwann mal eine TRT mache, dann stand jetzt nicht mit dem Hintergedanken irgendwie damit auf die Bühne zu gehen, sondern wie gesagt, eher Biohacking zu betreiben. Aber ob ich vielleicht dann nochmal mit 35 als Stoffer, wenn ich überhaupt den Weg gehen sollte, es steht nicht jetzt fest oder so, dann, ja, dann soll es so sein. Hat man überhaupt eine Chance mit der kleinen TRT-Dosierung in den internationalen oder nationalen ungetesteten Firmen? Eigentlich nicht. Ja. Gar nicht, nein. Also bei der Adol Classic würdest du mit einer TRT niemals weiterhauen? Ja, natürlich nicht. Aber selbst bei nationalen nicht getesteten hätte man da eine Chance? Nee, glaube ich auch nicht. Also kann ich ehrlich gesagt gar nicht so krass sagen, weil ich auch in dieser Stoffszene nicht so involviert bin. Aber die Jungs, die fahren ja ganz andere Substanzen und unter anderem halt auch mehr als eine TRT und unter anderem halt natürlich auch noch irgendwie gepaart mit Trennen oder hast du nicht gesehen? Die haben ja da ganz andere Anabole-Effekte nochmal als eine klassische TRT. Ähm, also Vorteile haben sie definitiv. Aber nichts ist unmöglich. Ich meine, auch ein Patrick Teutsch wurde natural, ähm, hat sich durchgesetzt bei der IFBB. Dementsprechend würde ich nicht von vornherein sagen, es ist nicht möglich, aber es ist halt definitiv schwer. Verfolgst du, weil du jetzt gerade Patrick Teutsch angesprochen hast, verfolgst du so, ähm, deutsche, naturale, ja, ja. auf YouTube oder? Ja, also der, 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 der Gott sozusagen für mich in der naturalen Bodybuilding-Sinn ist BroZap. Ähm, wenn der was sagt, ist Gesetz. Also, der ist wirklich, boom, also da kommt keiner, BroZap ist hier und dann kommt der Rest. Okay, krass. Ähm, ja, und dann natürlich auch sowas wie Daniel Kubik, ganz klar, also ein richtiger OG. Äh, Patrick Teutsch sowieso, ähm, richtig stark. Ja, äh, Ramon, finde ich auch unglaublich, auch bei Ivo. Ja, Ivo hat halt die ganzen naturalen, ähm, die ganzen naturalen OGs. Ja. Du bist ja bei der GNBF gestartet und bei der Ivo Classic. Ähm, wenn du die vergleichen würdest, was würdest du da für eine Prognose abgeben für den, sagen wir mal, besten deutschen, äh, naturalen Wettkampf? Also, wie siehst du da den, meinst du, dass die Ivo Classic irgendwann die GNBF quasi, ähm, ablösen wird als den beliebtesten Naturalwettkampf? Ich kann's mir vorstellen, ne, weil die Ivo hat halt auch, äh, reichweitentechnisch viel, viel mehr, ja, viel, also ein viel, viel stärkeres Team. Also mit Broseb, mit Patrick, mit Daniel Kubik, das sind ja auch alles, ähm, Athleten, die unglaublich stark sind, die eine unglaubliche Reichweite haben und alleine schon aus dem Grund sind ja auch sehr, sehr viele Leute halt, auch so Fans, die dann halt auch da mitmachen wollen, nicht nur als Athlet, sondern auch als Zuschauer dabei sein wollen und die GNBF ist halt so etabliert, das ist so der, der, der deutsche, naturale Verband, aber Social Media-technisch ist ja jetzt, GNBF jetzt nicht so stark aufgestellt. Also ich denke schon, dass die Ivo, äh, die GNBF irgendwann mal überholen wird. Wie war so dein Erlebnis, wie war so das Erlebnis auf der Ivo Classic verglichen mit der GNBF? Also waren, äh, so, ja, okay. Also der schönste Wettkampf für mich war ganz klar die GNBF, so, da hab ich auch gewonnen, also der war für mich der emotionalste, so, das war für mich wow, also da hab ich noch Tage danach geheult, ähm, also verfreunden natürlich, aber Ivo war definitiv auch ein wunderschöner Event, ein wunderschönes Event, also sehr, sehr gut aufgebaut, organisatorisch waren die auch stark, mit dem Livestream hat mir auch sehr, sehr gefallen, auch mit dem, äh, sozusagen, vor dem Wettkampf beginnenden Fantreffen sozusagen, wo man BroZap und sowas auch in den Nahe sehen konnte, ähm, was ich leider Gottes nicht wahrgenommen habe, weil aufgrund dessen, da ich halt Athlet war und dann halt auch mich anpinseln musste und, ähm, ja, auch bettlägerisch, also zumindest so meine Beine hochlegen wollte, ähm, und der Wettkampf an sich Priorität hatte, ähm, hab ich dieses Fantreffen nicht wahrgenommen, aber, äh, Äh, Ivo war ein sehr, sehr starkes, ähm, starker Wettkampf mit sehr, sehr starken Athleten, gut organisiert, eine riesengeile Stage, eine riesenschöne Bühne, Livestream hat mir auch sehr gefallen, ähm, ja. Meinst du, es wäre, es macht Sinn, einen Naturalwettkampf jedes Jahr zu machen? Nein, macht keinen Sinn. Also ich meine, ich meine jetzt, ähm, als Veranstalter, weil zum Beispiel beim, ähm, bei dem Mr. Olympia ist es ja so, dass, da starten die besten Athleten der Welt, aber beim Naturalbodybuilding ist es ja so, dass die immer quasi so ihre Off-Seasons immer so nicht getimt haben, also wäre es nicht krass zum Beispiel zu sagen, man macht alle zwei Jahre einen Wettkampf, aber dafür starten dann da halt die besten Athleten Deutschlands zum Beispiel. Boah, das ist schwer, weil es gibt ja wirklich so viele Athleten, so viele Leute, die auch einen Wettkampf machen wollen und auch bei einigen anderen, also erstmal alleine schon aus, 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 jedes Jahr einen Wettkampf zu machen, weil du halt auch deine ganzen Teilnehmergebühren und sowas da einnimmst und so und da vielleicht auch den ein oder anderen Sponsor, ähm, ans Land ziehen kannst, ähm, alleine aus, 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 aus Geldgründen macht es für die GNBF oder für andere Verbände wesentlich mehr Sinn, jedes Jahr einen Wettkampf zu machen, aber auch als Athlet würde ich sagen, macht es viel Sinn, weil zum Beispiel, wenn du jetzt, äh, nächstes Jahr nicht kannst, weil du nächstes Jahr deine Bachelorarbeit abgeben musst und, äh, da übelst und dann noch nebenbei noch umziehst und einfach keine Zeit hast für einen Wettkampf, aber dieses Jahr Zeit hast du einen Wettkampf, da wäre es ja extremst ärgerlich, auch für diesen Athleten, der da Jahre investiert hat, ähm, ja, das, angenommen, der wäre jetzt in dem Zeitraum, wo er nicht kann und in dem Jahr ist er aber ein Wettkampf, ey, dann ist es halt scheiße. Also ich finde schon gut, dass da auch jedes Jahr ein Wettkampf ist. Ja, stimmt, da habe ich jetzt nicht dran gedacht. Ja. Ähm, wir sind jetzt schon am Ende vom Podcast angelangt, ähm, natürlich ist mein Podcast nicht ein normaler Podcast und deswegen gibt es immer noch eine Challenge, zum Schluss, die man machen muss. Ähm, keine Angst, du musst jetzt hier nichts machen. Ähm, es ist immer eher so, also ein Teil von dem Podcast ist auch so, ähm, Self-Improvement, also Selbstentwicklung und da ist es immer so, dass einer den anderen eine Challenge geben kann. Okay. Zum Beispiel ein Gast, ähm, ist relativ, nicht oft, aber ab und zu noch feiern gegangen und dann war halt seine Challenge, einen Monat kein Alkohol. Mhm. Und das hat dann zum Beispiel dafür geführt, dass er auch zwei, dreimal auf Feiern gegangen ist, ohne zu trinken. So. Ähm, oder zum Beispiel, ich musste einmal zwei Wochen nach einem strikten Ernährungsplan, ähm, essen, das hat bei mir dann nur eine Woche gehalten, weil ich dann krank geworden bin. Okay, blöd. Ähm, aber ansonsten so eine Challenge ist ungefähr, weißt du? Okay, okay. Ähm, soll ich dir erstmal eine Challenge geben? Ja gut, hau mal. Und dann hast du, ähm, liest du momentan Bücher? Nee, gar nicht. Dann gebe ich dir die Challenge, innerhalb von einem Monat ein halbes Buch zu lesen. Okay, und was für ein Buch? Also jetzt nicht, ähm, Harry Potter, sondern es sollte schon, es sollte schon was mit Selbstentwicklung zu tun haben, oder, äh, mit Bodybuilding oder irgendwas, was, was dir halt wirklich was bringt, jetzt nicht irgendeine Geschichte. Ja, okay. Ich habe tatsächlich sogar ein Buch zu Hause, das geht über Mindset. Ja, dann. Das könnte ich ja wirklich mal anfangen, ne? Das habe ich mir sogar damals gekauft, aufgrund dessen, weil ich anfangen wollte mit Lesen. dann passt es ja sehr gut. Ja. Und ich habe jetzt gerade keinen Challenge, den ich auflösen kann, ansonsten, ähm, schicken mir die Gäste dann immer ein Audio, und das spiele ich hier dann ab, und dann kann man darüber auch kurz sprechen, dass du dann vielleicht in einem Monat mir so ein kleines Audio schickst und sagst, wie es lief. So, ich habe auch schon ein Audio bekommen, ähm, das waren das, das einmal war Instagram eine Woche löschen und die zweite Challenge war, also er war gerade in seiner Uni-Phase, also er hatte, das hat ihm ganz kurz gepasst, und die zweite Challenge war eine Woche, ähm, tracken, er trackt halt gar nicht. Okay. Dann meinte er zum Beispiel, ja, ähm, das Instagram löschen habe ich gemacht, das hat mir gut getan, aber ich habe tracken nicht mal probiert, weil ich halt durch die Uni so viel Stress hatte. Also ich kann es auch sagen, ich habe es nicht gemacht so. Nö, ich werde es versuchen zu machen. Okay, geil. Stand jetzt, ich werde es versuchen zu machen. Dann hast du noch eine Challenge für mich? Boah, scheiße, Alter. Ich habe, du hast jetzt leider Gottes ja super viele Fragen so gestellt, aber ich habe ja gar keine Gegenfragen so großartig gestellt. Ja. Was habe ich denn da für eine Challenge für dich? Liest du denn? Ich lese auch, ja, ab und zu ein bisschen. Natürlich jetzt doof für mich. Okay, wie oft gehst du die Woche ins Gym? Ich gehe, ähm, sechsmal in acht Tagen. Also ich habe, ich mache Push, Pull, Beine, Rest, dann wiederhole ich. Also ich habe keine festen Trainingstage. Okay. Was ist denn aktuell dein Fitnessziel, sage ich mal? Also Aufbau, Diät oder? Gerade mache ich Diät. Diät. Gerade mache ich Diät, ja. Okay, und wie viel wiegst du? Ich wiege gerade 89. 89 Kilo. Okay, dann würde ich sagen, ist deine Challenge jetzt für den Monat, du wiegst jetzt aktuell 89 Kilo. Du möchtest sowieso diäten, dann kommt es dir auch zugute. Dann würde ich sagen, dass du Ende des Monats 87 Kilo wiegen musst. Das sind zwei Kilo los. Also ich habe, ich bin ab dem 23. in Urlaub auf Abifahrt. Ah, okay. Deswegen kannst du dann, kannst du natürlich bis zum 23. Ja. mir was in den Gewicht geben. Was haben wir heute? Den achten, ne? Oder den neunten? Wir haben heute den neunten. Den neunten bis zum 23. Das muss natürlich auch realistisch sein. Macht ja keinen Sinn, wenn ich jetzt sage 10 Kilo, das ist ja schwach drin. Bis zum 23. Okay, wir haben jetzt den neunten. Das sind also noch zwölf Tage, wenn ich richtig rechne. Ja. Zwölf Tage. Wenn wir von Woche ausgehen. Okay, dann sagen wir, du musst bis zum 23. nochmal 1,5 Kilo verlieren. Okay, also dann 87,5. Ja, genau. Okay, das schaffe ich. Genau. Das ist eine lustige Challenge, weil ich habe im letzten Podcast die Challenge bekommen, wenn ich wiederkomme, habe ich drei Monate Zeit, um auf 95 hochzugehen. Achso, okay, siehst du. Ja, scheinbar sind alle auf meinem Gewicht aus. Aber das passt. Naja, muss ja auch zielorientiert sein und wenn es dir was bringt, dann warum nicht? Dann geben wir uns symbolisch die Hand auf die Challenge. Let's go. Und dann bedanke ich mich, dass du dabei warst. Ich glaube, wir haben alle sehr viel gelernt und möchtest du den Leuten noch sagen, wo sie dich finden können, falls es auch Zuschauer gibt, die dich nicht kennen? Bei Instagram bin ich eigentlich immer am aktivsten, also TikTok könnt ihr mich natürlich auch finden unter dem Namen strohhut.marco, bin aber eher so auf Instagram unterwegs, genau, und da bin ich zu finden für alle. Okay, sehr gut, ja. Wo ihr mich findet, wisst ihr, wenn ihr das hier hört und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Ciao. Tschö, tschö. Wir sind mal fertig. Ja, geil. Hab mich gefreut für die Einladung, ey. Fand ich mega interessant. Ich hab mich sehr gefreut, dass du gekommen bist, auf jeden Fall. Ja, klar. Wenn ich was sage, dann komm ich auch. Wie lange haben wir denn jetzt eigentlich gemacht? Also 1,35, 1,35. Ach, geil. Aber wir haben ja zwischendurch die Kameras, ich glaube, wir haben so 1,5 Stunden, das ist immer so mein Ziel. Ja, cool. Ich finde, es kommt dann immer viel kürzer vor. Ja, safe. Ganz ehrlich, die Zeit ist gerannt. Ja. Aber fand ich cool. Podcast macht echt Schlaune. Finde ich auch. Vor allem, wenn man immer Gäste, alleine weiß ich jetzt nicht, es gibt ja auch Leute, die es alleine machen. Ja, richtig. Da hat man dann, glaube ich, irgendwann nichts mehr zu erzählen. Das ist ja immer so ein mega interessantes Leben. Naja, meistens hat man ja sowieso dann eine gewisse Thematik, die man dann aufgreift. Wie zum Beispiel, keine Ahnung, Schritte sammeln, die eh sinnlich, aber nicht. Dann geht es so ein paar Vorteile, Nachteile aus. Aber du schwitzt wirklich. Mir hat es mega Spaß gemacht. Das war jetzt auch kein, keine peinliche Stille, so wie man es manchmal hat. Das hat jeder Gast gesagt, dass er froh, dass es keine peinliche Stille gab. Ja, naja, kennt man ja manchmal. Weißt du, da guckt man sich so an, wie so beim ersten Date, so, okay. Vor allem, wenn man sich halt nicht kennt. Wenn man sich nicht kennt, dann weiß man ja nie, was er da erwartet. Ich kämpere ja doch schon jetzt halt noch.